und ich weiß nicht krass ich weiß noch nicht, ob man uns jetzt schon hört und sieht, aber ich kann es trotzdem herzlich willkommen zu dem wundervollsten besten, vor allem besser als Brainpain Podcast im Internet mit dem wundervollen Gast, den wir heute haben, Klängern von Brainpain, willkommen Klängern guten Tag wie hat die meiner Anmoderation gefallen? geht so, einfach mit der preisten Lüge starten das ist was ich am allerbesten kann oh, Rekka ist übrigens auch da hi, wir haben neue Mikrofone genau, ich hoffe man hört uns, Test, Test weil wir hatten gerade da reingegangen wir haben ganz viel neue Technik, denn am 13. und 14. November ist wieder Loot für die Welt diese Mikrofone kriegt man schwer in den Mund, glaube ich warte, oh, geht ah, nice geht, ich kann das kennst du das, wenn du so ein äh, dir ein Eis kaufst so ein, weiß nicht, nicht Connetto, sondern so ein richtig großes weißt du, so mit einer riesen Waffeltüte oh, wir sind auch umgelistet noch, ne? okay ja das ist gar kein Problem aber kennst du, kennst du die? hast du, hast du auch mal probiert, die so dir komplett in den Mund zu stopfen? nee nee warum nicht? nee also ich, meinst du so fertige oder so in der Eisdiele? weil ich kauf sowieso meistens im im Becher okay, gut aber den Becher versuchen in den Mund zu kriegen ist auch nicht auch nicht schlecht nee, aber ich mein wirklich so eine ich mein wirklich so eine, ich mein wirklich so eine, diese große, weißt du wie so Schultüten aussehen von der Eisdiele, also die Monsterteile ähm, ich schaffte du magst es, viele Sachen in deinen Mund zu stecken ja, ich mein, das ist das einzige, was ich kann, okay? dann muss ich das auch ausnutzen kennst du dieses Meme mit dem, äh, Hidden Talents? sicherlich, vielleicht, kommt drauf an, welches genau? äh, wo irgendwie so eine, so eine Dame oder Person oder was auch immer von wegen oh, das klappt nicht, aber was hab ich denn noch andere Skills, die ich ausnutzen kann, um bekannt zu werden oder irgendetwas und dann ist da halt Dinge in den Mund stecken, aber ein anderes Wort dafür aber, äh, Katja Krasavica hat ja auch irgendwie so ein Video mal gemacht, wo sie versucht hat, möglichst viele Bockwürste in ihren Mund zu stecken und vielleicht könntest du das einfach nachmachen und dann kriegen wir ganz viele Klicks ja, die Stille sagt, glaub ich, alles, nicht wahr? ähm, jetzt, da wir den den Live-Chat auch haben, sorry Leute, herzlich willkommen, ähm, wir haben alles auf nicht gelistet gehabt, jetzt, wo die alle da sind, äh, möchtest du, möchtest du einmal die, die Leute begrüßen, wie es sich gehört für einen Klänkern? ach so, waren wir noch gar nicht richtig zu sehen doch, 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 aber ich möchte, ich möchte das hören nochmal, wie du, ich möchte deine Begrüßung hören moin Lotto dankeschön es darf immer wieder gerne es darf kein Video mit dir fehlen, wo das, das drin ist Leute schreiben das dann wirklich Leute schreiben das immer in die Kommentare dann, wenn das fehlt also es gab große Probleme dann und du kannst es nicht weglassen, weil sonst geht es in den Kommentaren nicht mehr um den Inhalt der Videos aber das, das geht schnell ich meine, ich weiß, äh als ich, äh, äh, in den Videos letztens halt mal neue Klamotten anhatte ging es in den Kommentaren auch darum, dass ich jetzt neue Klamotten hatte von wegen, wow, ich war mal shoppen was tatsächlich was Besonderes ist und ich, äh, ich find's schön, dass das gewürdigt wird aber irgendwie ist es auch komisch vielleicht könntest du ja mal so ein, zu so YouTubern gehen die so Outfits upgraden und irgendwie wie viel ist dein Outfit wert und dann machst du mal so ein, so ein Fashion nennt man das Upgrade gibt's da auch sympathische Leute, die das machen? weil ich hab ja nichts gegen so Fashion-Leute so ist ja nicht so, ich meine, wir alle tragen Klamotten auch wenn wir's nicht gerne machen aber nur obenrum ja, ich meine, stimmt YouTuber tragen untenrum keine Klamotten wir können nicht das Gegenteil beweisen aber ja, irgendwie gerade diese diese Dudes, die das machen ähm hm ja, ich glaub, die sind immer ein bisschen weird alle also, du musst so einen gewissen Hang zu irgendwas haben dass du sagst, okay das werd ich jetzt tun vorhin mit teure Klamotten kaufen ist irgendwie etwas, was mir noch nicht so richtig sich erleuchtet hat das er erschlossen hat ja erschlossen Sprache was Sinn macht, ist natürlich äh, Fairtrade-Geschichten und Bio Ökotex Siegel und sowas die sind halt teurer aber das ist halt auch gute Qualität wofür fair bezahlt wurde äh, und keine Kinder missbraucht wurden oh, das Schlimmste, was ich gesehen hatte, waren das ist ganz gut ähm wir hatten mal irgendwie Gucci wir hatten also wir hatten ja über so einen Klamotten-Videotypen da Videos gemacht und dann ging's auch in Gucci und dann hab ich das mir ein bisschen angeguckt und hab halt gesehen so Badelatschen podhässliche Badelatschen für fucking 900 Euro oder so etwas und irgendwie zwei, drei Monate später sind wir in Los Angeles zur E3 und sind da in den Warner Brothers Park was? ne, Universal Universal Park Universal Park Universal stehen halt an in der Schlange und dann hat da einfach so ein so ein sechsjähriger Junge diese Badelatschen von Gucci an das ist so aber die werden ja nicht real gewesen sein, oder? das ist ja wie die ganzen Kollegen die nach dem nach den Sommerferien äh aus dem Urlaub immer plötzlich alles ähm aus Gucci mit Gucci und Louis Vuitton Sachen hatten ja die die schönen Uhren die dann irgendwann auseinanderfallen ja genau ja ich glaube aber auch dass so Fashion Brands in dem Bereich teilweise auch wirklich einfach nur gucken wie hart sie die Community trollen können und so die möglichst hässlichsten Sachen einfach für ein Taui irgendwie Design um zu gucken kaufen das Leute und das ist doch Supreme Supreme hat's ja wirklich komplett auf die Spitze getrieben dass man ja auch ja davon ausgehen muss dass sie es ja überhaupt nicht ernst gemeint haben das war ein Gag und das hat sich verselbstständigt ja ja genau ein Backstein verkauft für wie viel 150 Dollar oder sowas mindestens die Brechstange fand ich auch sehr sehr cool obwohl er ja vor allem die mussten ja wirklich nichts machen die ist ja schon in dem quasi Supreme Rot und dann müssen wir wirklich nur noch das Logo drauf sprayen fertig vielleicht ist es aber leicht anders das geht natürlich nicht dann müssen sie das ja auf jeden Fall anders ne muss ja wirklich definitiv das 100% gleiche Rot sein und du als Farbentyp und so weißt ja was das heißt ja weil das bestimmt auch genau das genau richtige NordVPN Blau hier ich finde auch geisteskrank wie sich die diese Marken gewandelt haben also damals war nach meinem Empfinden Louis Vuitton und Gucci so eine Marke für für so reiche End-50er-Damen die irgendwie sonst mit ihrem Geld nichts irgendwie anzufangen wussten stopp stopp mit dem Geld ihres Mannes Entschuldigung nein 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 das sind das sind emanzipierte Frauen die selbstständig ihren Reichtum verplempern und ja jetzt trägt das so jeder 15-Jährige irgendwie wo ich mir auch denke so weiß ich nicht Trends kommen und gehen und dann kommen sie halt teilweise auch in den dann geschlechternd aber der Trend 500 Euro für ein T-Shirt auszugeben ist irgendwie nicht so ganz massentauglich oder ich hatte halt gehört dass es sogar in manchen Kulturen üblich ist dass dann die ganze Familie zusammenlegt um sich eine dicke fette Uhr zu kaufen die dann halt rumgereicht wird zu gewissen Anlässen dann zum Protzen aber das wäre in der Uhr geht das ja noch aber stell dir mal vor es wäre irgendwie so ein T-Shirt oder so oh nein nein bitte nicht ich meine bei einer Uhr kann man ja wenigstens noch sagen eine richtig gute Uhr hält ja auch eine Weile ja die geht ja prinzipiell nicht kaputt ein T-Shirt geht ja irgendwann zwangsweise kaputt also bei einer Uhr hast du ja auch wirklich einen Wertgewinn teilweise also es kann ja zumindest eine Wertanlage sein aber also so ein T-Shirt von 2015 von Supreme das will doch keiner mehr haben nee dann geht es ja definitiv kaputt und dann ist ja wieder dieses Debakel dass du sie eigentlich gar nicht tragen dürftest dann musst du es wie halt Montana Black machen und dann einrahmen und als Bild irgendwo hinhängen macht der das? ja und du fandest es sogar nicht mehr komisch oh stimmt jetzt erinnere ich mich ufs Schande Schande da fällt mir noch eins zu Meme und Firmen die sich da ja das halt so teuer machen also ich finde es halt bei Supreme ist es halt so das wirkt halt wie so ein Scherz und die lachen sich halt wahrscheinlich einen ab und nehmen sich halt selber nicht ernst aber eine andere Firma die ja auch so ein Bullshit macht aber sich todesernst nimmt ist ja Apple und dann habt ihr gehört was sie jetzt rausgebracht haben? dieses Tuch? ja ein Mikrofasertuch ach so 25 Euro was sogar eine Kompatibilitätsliste hat weil nicht dass du das an deinem Samsung Handy benutzt oder so was ey dann zerspringt das ne das ist nur bestimmtes Gorilla Glas wahrscheinlich was du damit reinigen kannst ich glaube dass das iPhone 4 oder so ist aber auch nicht mehr kompatibel laut Liste also oh the fuck oh nein jetzt muss ich mir ein neues Telefon kaufen oh weil mein Tuch nicht kompatibel ist das ist so geil Alter aber ganz kurz ich weiß nicht bist du bist du du bist ja wahrscheinlich auch ein PC-Guy oder? ja genau hast du wie stehst du zu zu Apple und iPhones und sowas? ja ich hab ich bin jetzt tatsächlich umgestiegen ich weiß nicht ob man das sagen darf aber ich bin jetzt vor kurzem ich hab lange gehadert ich war sonst immer OnePlus-Fraktion ja ähm und find auch diesen ganzen Krieg irgendwie so ein bisschen weird aber äh die Vorteile haben mich in dem Fall mal überzeugt dann hab ich gesagt okay ich probier's mal aus und wenn's scheiße ist dann werd ich nach paar Jahren halt wieder umsteigen also okay du bist auf dem iPhone geswitcht genau aber ich hab jetzt keinen Bock mein ganzes Ökosystem umzustellen ja das ist ein bisschen assi ja nee aber ich find's was? ja sag nee sag du kurz deinen Punkt zu Ende ich mach dann meinen ich wollte sagen ich fand's sehr traurig weil ich letzten Kollegen hatte mit dem ich zocken wollte und er meint dann so ja ich hab ein Mac was können wir spielen und es lief so auf Among Us und alles Browser Games Browser Games ja also wirklich nur sehr eingeschränkt ja nee aber ich fand äh bei dem ähm Ding jetzt bei dieser letzten Vorstellung fand ich ganz eigentlich wieder ganz cool dass sie den den Mac Pro also ne diesen Laptop der eigentlich für Pros gedacht ist äh gedacht ist wieder für äh äh wieder er ist wieder für Pros gemacht quasi tatsächlich also du hast ähm einen SD-Karten-Reader das ist du musst du musst kein kein Dongle mehr an deinen Laptop ran machen um ne scheiß SD-Karte jeder Creator braucht ständig SD-Karten und will sie in sein Gerät stopfen vor allem ist es auch nicht so groß ist jetzt nicht so wie ein CD-Laufwerk wo du durchaus rechtfertigen kannst warum du den scheiß irgendwann rausgehauen hast ja das fand ich ein guter Move von denen ich hab zum Beispiel damals hatte ich ja ein Macbook äh mit noch CD-Player drin und da hab ich tatsächlich irgendwann den CD-Player raus äh gebaut als das noch ging als das noch ging konnte man selber machen ich hab den ich hab den RAM erweitert CD-Laufwerk raus und dann eine SSD reingekloppt musst du mal reinziehen das ging damals und ja du kannst heutzutage kannst also das neue Macbook Pro kannst du jetzt immer noch nicht ähm ummodeln und umbauen aber wenigstens hat es ein paar Pro-Funktionen wieder das ist ganz äh ich meine sie mussten halt auch zurückgehen weil sie halt echt dreist wurden und immer mehr in den Consumer-Bereich und aber halt natürlich alle anderen ja auch mitgezogen sind ich meine jetzt gerade bei Handys was ja immer noch glaube ich irgendwie 50% des Umsatzes oder sowas macht ist halt so ne man Airpods die machen ihr Geld nur noch mit Airpods aber ey bei Handys so ja wann gab's da mal was krasses so in den letzten Jahren außer dass sie jetzt drei Kameras installieren anstatt nur einer oder irgendwie so und shit so irgendwann kommen dann auch ein paar also ein paar mehr auf die Idee warte mal ich brauch ja gar nicht jedes Jahr 1500 für ein neues Handy ausgeben so dass sie dann vielleicht ja wieder diese diese Sparte Pro halt wieder besetzen könnten was ja ganz vernünftig ist aber sie sie erlauben sich ja trotzdem immer noch Dreistigkeiten wie dieses ich glaube auch ja als Umweltschützen machen wir keine Kabel mehr rein äh ich glaube aber auch wenn die machen doch ob es jetzt kommen würde dann würde er echt kotzen wenn er sieht wie sich die Geräte so entwickelt haben bis hierhin und dass solche Sachen halt rausgehauen werden das beste sind halt immer noch die äh Rollen für den den Mac Pro also für den Desktop die keine also erstmal 415er sowas kosten über 400 auf jeden Fall was halt scheiße teuer ist für Rollen ähm die müssen ja auch gut Gewicht halten das muss alles sicher sein die keine Stopper haben ja stimmt also du hast doch jetzt hier Rollen gekauft sogar was haben die gekostet die Rollen da drunter das Stück hat glaube ich weil man damit schwere Lasten auch tragen kann 9 Euro glaube ich gekostet oder das waren ne die großen waren 9 Euro die sind 6 Euro glaube ich das Stück also hast du 24 Euro circa für die Rollen bezahlt ja 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 gut und okay da sind jetzt aber keine Stopper drin aber die mit Stopper hätten glaube ich nur einen Euro mehr gekostet ja also über 28 Euro oder sowas mega zugegebenermaßen die sehen nicht so stylish aus wie die von Apple ne also ich kann dann verstehen dass die Apple-Dinger auch 20 Euro meinetwegen kosten aber 400 ja 400 ist ein bisschen ein klein bisschen übertrieben das geilste was ich noch finde ist halt diese Maus von denen wo sie halt ne wo du den Stecker unten reinmachen musst die ist auch super ähm ja Produkt-Fails das war mal das klingt irgendwie was wie was du dir in einem Video anschauen würdest irgendwelche brutalen Produkt-Fails ja vor allen Dingen ne nicht aber es wäre sehr viel Apple offensichtlich dabei also ne Maus die man nicht benutzen kann während man sie lädt ist halt auch Brain over 9000 mhm ja Brain pain glaubt würde ich sogar sagen oh wenn sie nicht scheiße ist müsste sie ja relativ schnell laden weil ich hab jetzt ne Wireless-Maus und die lädt ziemlich schnell wenn man sie mit dem Kabel anschließt und hält da ne Weile obwohl ich so ein geiles Mauspad habe dass sie übers Mauspad geladen wird das ist die Zukunft aber ganz ehrlich wer sich ne Apple-Maus kauft ist auch dumm weil es gibt die ist so unergonomisch warum gehen wir überhaupt da rüber ah Apple Schmutz ja bei Meusen muss man halt sagen da sind halt die Gaming-Firmen halt einfach on fleek weil die halt einfach ja ne 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 wesentlich äh bessere Qualität haben für die Hardcore-Gamer die ja da sich ein bisschen mehr wünschen als der Standard Apple-User der wahrscheinlich so Sensibilität DPI irgendwie 5000 hat so einem angestupst und es geht über den ganzen Desktop rüber diese Schande DPI 800 ist das Beste ja ganz gering stellen was ist deine Lieblings-DPI bei Meusen ich war ich hab nur so Knöpfe auf der Maus wo ich die DPI-Anzahl hochstellen kann aber ich hab keine Ahnung wie viel das ist ganz grober Fehler kann ich das einsehen irgendwo dann kann ich live gucken wenn du ne Software hast so zum Beispiel eine L E-Tech Software oder so also ich habe ich habe eine Maus von dieser Firma aber ich habe keine Software glaube ich dazu ah ok das ist wahrscheinlich dein großer Fehler ähm nö du musst du du musst du runterladen äh wahrscheinlich dir noch ein Konto aufmachen deine E-Mail-Adresse da hinbappen und dann geht's richtig ab dann kannst du deine DPI einstellen herzlichen Glückwunsch das ist zu meiner Tastatur aber wenn du wenn man sich fragt hä warum bin ich in einem Eco-Shooter eigentlich so scheiße DPI wahrscheinlich man muss sein DPI game einfach und Flieg bringen und sich damit auseinandersetzen das ist das ist der Main Input einfach egal also wenn ihr ich meine das ist ein großes Thema es ist ein großes Thema wenn ihr beim Aim nicht so macht dann aimt ihr falsch oder mit Lenkrad ja ja genau große Bewegungen das ist ganz wichtig ok das ist wieder was anderes wenn ihr mit Lenkrad aimt dann seid ihr eh Pro auch wenn ihr verkackt und nichts trifft das macht mein das macht mein Papa jetzt wieder der ist ähm der ist quasi nee nicht quasi er ist jetzt in Rente und äh hat so eine Gruppe an Leuten mit denen er Rennen fährt also die haben dieses eine Rennspiel das ist das Name den ich nicht kenne ähm und dann fahren die am Wochenende mal äh so ein weiß nicht Nürnburg Ring oder sowas und fahren halt diese Strecke da also digital im Spiel nicht in echt äh und vergleichen halt die Zeiten und sowas aber dann so ein Realismusfahrzeug ja ja das ist schon auf Realismus ok da kann man nämlich ja jagen ja ja genau aber das ist halt das ist quasi dieses Pro-Level das finde ich dann das ist schon ziemlich cool aber wenn es ihnen Spaß macht das ist ja hier Peter glaube ich fährt ja darauf ab von den Piez und äh stimmt ja ich habe seinen Namen vergessen der andere von den Piez ne ihr wisst schon der eine der eine andere von den Piez der Schett würde es gleich sagen wer da auch abfährt weil ich weiß bei denen ist es so es gibt die eine Fraktion die ja total so diesen Realismusfahrzeugdings mögen und die anderen sind so Mario Kart ich habe im Büro auch so ein Ding ich habe auch ich habe auch so ein Ding ist auch witzig an sich aber ich mag halt dieses äh genau Jay ähm ich mag halt dieses Realismus Ding bei Autofahren nicht so ich fahre gerne auch ein realistischer Auto ne so Trackmania Mario Kart oder irgendwas Burnout Paradise Beatles Adventure Racing Alter das war ein Game was für ein Ding Beatles Adventure Racing das gab es damals für die N64 da gab es nur Beatles und du konntest dich halt gegenseitig crashen und sowas und hast es halt so ganz viele Abkürzungen und so Sachen die du zwischendurch einsammeln konntest war mega lustig und irgendwann konntest du ein Polizeiauto freischalten und dann konntest du die Sirene anmachen und dann sind alle links rangefahren und ganz so eine Linie gefahren und dann konntest du einfach gewinnen toll naja das war so ein Arcade Renngame das war ganz ganz es gab doch auch so ein Rennspiel wo man den möglichst größten Crash irgendwie machen musste das ist doch Burnout oder? War das Burnout ne? Ich glaube schon wenn nicht sagt es uns der Chat gleich ich habe ich nie gespielt ich bin anständig ich habe meinen Kollegen nur auf der Playstation ja ja das ist ja welche Konsolen hast du? ähm ich habe eine Switch welches Team bist du? okay der Switch ist gut also ich bin auch sehr sehr großer Mario Kart Fan ähm dieser Pokal im Hintergrund steht da auch wegen Mario Kart muss man dazu sagen ähm ich habe einen PC ich habe eine Playsy 4 wobei also generell ist wenig Zeit zum Spielen Arbeit Arbeit ja ich habe immer eine N64 gekauft mal wieder also so bei Ebay weil ich Bock hatte ich habe immer Pokémon Stadium gespielt als ich in so einem Kids Club irgendwie war und da hatte ich so Bock drauf dass ich mir das einfach nochmal gekauft habe ist es noch so geil wie früher? nee es sieht gar nicht mehr realistisch aus es ist plötzlich richtig rancy boah diese Grafik obwohl das muss man sagen äh diese ganzen Spiele sehen auch wirklich schlechter aus was an dem Bildschirm liegt weil wenn du auf alten Röhrenbildschirmen ansiehst sieht das komplett anders aus weil die Pixel dann ist plötzlich so Full HD 4K ja vor allem die Pixel gehen so ineinander über die Farben so ist schwer zu erklären aber Fun Fact es sind nicht mal Pixel ja ne es ist tatsächlich also es gibt bestimmt Bilder die man sich online dafür ansehen kann aber die Bilder sahen damals auf Röhrenfernsehen einfach besser aus weil ja das halt einfach anders funktioniert hat aber zum Beispiel gibt es auch bei der also ich habe auch diese Mini-Konsolen die mal rauskamen von Nintendo diese ah ja stimmt wir haben auch super Nintendo Entertainment System mit einem kleinen Mini und da gibt es auch so einen Modus wo du das einstellen kannst diesen Röhrenmodus wo du dann nochmal so ein bisschen flackern hast und so und grisselig und ich weiß nicht was geiler ist für Realismus ne wahrscheinlich ist es nicht geiler aber äh was richtig viel viel geiler ist du kannst dir ja einfach ähm es gibt ja Nintendo Online äh für die Switch und es gibt ja jetzt noch dieses Online Plus ich weiß nicht genau wie es heißt du bist mehr online ja du bist noch onliner als vorher aber äh da kannst da darfst du mehr bezahlen und hast dafür N64 und Sega Genesis Spiele glaube ich in der in der Cloud also du kannst dann ne da gibt es ja diese und und du hast das äh Animal Crossing DLC also du hast quasi nochmal Special Zugang zu mehr Spielen wenn du diesen ich meine sie mussten es langfristig mal machen also eigentlich kommt das ungefähr 10 Jahre zu spät weil du kriegst ja buchstäblich alle N64 Spiele kostenlos im Internet ROMs ja und teilweise sogar noch besser weil ähm Stimmt du kannst ja auf 4K GoldenEye hatte ich halt nochmal gespielt und du kannst dann halt ein Plugin runterladen äh dass du dann GoldenEye mit der Maus spielen kannst dass du es halt am PC als Shooter spielen kannst was dann wesentlich angenehmer ist wobei man dann merkt dass das Spiel ähm Level-Design-Technik nicht mehr so geil ist wie man es in Erinnerung hatte nennst du dich noch an GoldenEye ich kenne nur den Multiplayer den hab ich gespielt GoldenEye war so du schießt halt Sachen ab und dann stehst du irgendwann vor einer Tür und kommst nicht durch aber du weißt du du musst durch diese Tür und dann ist so hm okay und dann rennst du halt das gesamte Level nochmal ab und suchst halt irgend so eine Keycard und du musst halt das Spiel war halt wirklich so du musstest so einen ähm so ein Heft hier damals gekauft haben was dir erklärt was du machen musst weil es gab ja auch kein Internet ansonst ja hattest du echt eine schwere Zeit rauszufinden wie du die Levels geschafft hast aber äh es macht wesentlich mehr Spaß mit der Maus Sachen abzuknüren sagte Rick ja gut ich bin auch Maus Shooter ja aber es ich bin Maus Shooter ich hab mir mal so einen Aim Trainer runtergeladen um in Warzone besser zu werden aber ich hab's leider nur dreimal gemacht aber ich war glaube ich schon besser auf jeden Fall aber ich glaub Muscle Memory Aim Trainer ist ist einfach zocken hot droppen und ballern ja aber das Matchmaking war so scheiße dass man einfach immer direkt aufs Maul bekommen hat und dann dann dachte ich mir ja komm bisschen trainieren musste ja also grundlegendes Tracking kann man trainieren auf jeden Fall aber man muss halt natürlich auch im Spiel gucken weil du hast ja auch Recoil und sonst irgendwelche Sachen Recoil Pattern auswendig lernen vielleicht muss ich mich erst mal mit meinen DPI beschäftigen bevor ich eins nach dem anderen ja eben wir sollen dich wir sollen dich fragen vom Chat was mit Brian ist oder Brian weiß ich weiß auch nicht das ich glaube es zielt darauf ab dass wir unsere unsere Brain Pain Folgen intern immer mit Brian Pain benannt haben aus Versehen weil wir die Buchstaben vertauscht haben und es uns nicht aufgefallen ist 100 Folgen lang okay ist aber auch ein scheiß Wort Brian und Brian nee Brian und Brian nochmal kurz zu Shooter zurück weil wir können eine sehr wichtige Frage klären und zwar was ist der perfekte Einstiegs-Shooter für meine Mom also kurze Erklärung also Gaming ist gut fürs Hören außer du zockst keine Ahnung so ein Idol-Game wo du nur auf Knöpfe drückst weil du das Gehirn beschäftigst und ich hatte das meiner Mom erzählt und hab sie damit zu Gamerin gemacht damit sie halt nicht im Alter nur vom Fernseher hockt und halt ihr Gehirn nicht benutzt sondern halt aktiv halt das benutzt und dann hab ich sie halt Tablet hat sie halt Stardew Ready gezockt dann hab ich ihr eine Switch geschenkt und hat sie Animal Crossing gespielt das ist halt süß weil meine Mom erzählt hat wie sie sich weckerstellt wenn dann irgendwelche Events sind und wie sie erstmal um den Baum gerannt ist um die Controller zu üben und wie sie auch in Animal Crossing immer eine Maske aufsetzt bevor sie so nepp und schlepp reingeht und jetzt spielt sie Super Mario Galaxy wo sie wo sie ja auch halt Schwierigkeiten hat aber ich meinte halt darum geht's ja das soll ja herausfordern und ich meinte der Shooter ist vielleicht nochmal so hart und meinte nee sie will auch mal irgendwann einen Shooter probieren und ich würde sie jetzt natürlich jetzt nicht direkt bei Apex reinziehen Multiplayer da wird's weggeballert so irgendein Singleplayer Shooter aber ich frag mich Doom von Animal Crossing direkt so Doom was wäre so der nicht zu brutale nicht zu schwierige Shooter für meine Mom die noch nie geshootert hat Fortnite ja kein Multiplayer wie achso Singleplayer Entschuldigung Singleplayer das ist bestimmt was für ein Chat Splatoon Farquay aber ich weiß nicht ob es vielleicht so hart ist stimmt aber es ist ja dann mit Adventure so ein bisschen oh einer schreibt Portal das wäre auch geil es war kein Shooter Portal oh Portal doch doch das ist cool Portal wäre witzig weil da musst du dann kommst du quasi mit diesem kommst du ja rein mit der Maus wohin zielen und schießen aber du musst nicht wirklich was krass schnell treffen aber es ist auch ein witziges Spiel du kannst es mit ihr zusammenspielen weil da gibt es ja Portal 2 genau als Koop und dann könntest du streamen damit deine Mutter echte Twitch-Gamerin ja es ist ja bewiesen dass das gut tut für die Old Peoples und ich meine da gibt es ja ganz süße alte Menschen die dann zocken und die ja auch wesentlich noch wesentlich frischer wirken also ich meine es ist ja auch nicht unanstrengend zu zocken und dann Chat zu quatschen und das alles zu machen und ich bin auch ganz froh dass meine Mom allgemein auch mit Technik klarkommt nicht so wie meine Tante oder so weißt du gut ich muss meiner Oma erklären ich musste letztens zu meiner Oma fahren weil sie sich mit ihrem E-Mail-Fach nicht mehr zurecht kam also irgendwas nicht funktioniert hat und sie deine Oma hat E-Mail ja also weil sie halt E-Mails schreibt mit ihrem Bruder in Australien und da hat sie natürlich verstanden dass das verfickt nochmal Sinn macht mehr Sinn macht als Post die schreiben halt eigentlich so glaube ich täglich aber ja ist da jetzt ne weil sie war buchstäblich nur ausgelockt und hat dann nicht verstanden was ein Benutzername ist und so und ich hab dann einfach nur ich hab sie einfach nur eingeloggt so wow du bist Magic Man ja sie war total das war wirklich dieses dieses Meme das ist dieser Moment wenn du von HDMI 1 auf HDMI 2 schaltest boah wie hat er das gemacht ich glaube ich hab's auch jahrelang probiert mit das ist der Fernseher der ist wie ein oder der Monitor der ist wie ein Bilderrahmen wenn du den Bilderrahmen ausmachst ist das Bild wenn der PC an ist trotzdem noch da verstehe ist schwierig nicht mal Analogien finden aber man muss die alten Menschen da früh genug ranführen wenn das Gehirn noch in der Lage ist aber ich freu mich auch wenn wir alt sind dann wird's halt überhaupt nicht langweilig weil wir trotzdem dann alle Netflix Amazon Prime und sonstige Serien durch Alter wir können vor allen Dingen wir sind in Rente und arbeiten nicht mehr und können jedes verdammte Spiel spielen was rauskommt also im alten Heim ich glaube das wird ein Next Level dann ich denke auch vor allen Dingen werden Rentner wahrscheinlich die neun besten Pro Gamer dann weil sie so viel Zeit haben zu spielen die Reaktion ist ja auch egal die Reaktionsfähigkeit völlig wurscht naja ich meine da kommt das Spiel an aber ja was ist so ältester Pro Gamer ich meine die werden teilweise älter ich weiß von einem der ist 30 aber der ist ein aber es gab es gab doch auf YouTube so ne Skyrim Spielerin die irgendwie über 90 war ja stimmt genau Curly Shirley 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 Curly Curly Shirley 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 Curly da gab es sogar auch so ganz ganz ich glaube die hatte auch irgendwie Probleme mit diesen wie heißt nochmal diese eine Skandal YouTuber der allgemein immer nur über Skandale redet ach Keemstar Keemstar ja ich glaube die Keemstar Community war dann auf sie gehetzt und bla und sowas also das ist halt auch was ich mich abfuck ähm aber ja Shirley Currie Shirley Currie Shirley Shirley ähm die war halt ein gutes Beispiel dafür dass sie halt halt zockt und dadurch halt noch ein bisschen fresher im Gehirn ich meine Gehirn ist da ja wirklich wie so ein Muskel umgangssprachlich dass wenn du es nichts benutzt dann ähm wird es so lappig wie Steve ich könnte auch nichts mehr aus der Schule also alles was Mathe war ist glaube ich komplett weg bei mir wenn mein imaginärer Sohn kommen würde und sagt Papa kannst du mir bei der Kurvendiskussion helfen keine Chance das Ding ist da das Schöne ähm einfach nicht diskutieren du kannst es dann mit deinem Sohn wieder neu erlernen du kannst deinem Sohn sagen ich hab auch keine Ahnung aber hey der ist bestimmt ein Dude auf YouTube der das tausendmal besser erklärt als eine beknackte Lehrerin oder ich ja ja gut und dann kann man zusammen lernen dann bleibt man selber auch nochmal frisch wenn man sowas erfüllt ich bin sogar fast schon dabei ich hab sogar fast wieder Bock gewisse Sachen zu lernen weil ich halt mir so ein paar Wissenschaftssachen angesehen hatte und dann irgendwie dachte so warte mal irgendwie hab ich doch wieder rauszufinden warum Chemie Chemie ist ähm und wahrscheinlich gibt's YouTube da ein paar Leute die das ein bisschen besser erklären und dann ein bisschen ein bisschen spaßiger dass du dann irgendwie denkst oh fuck yeah wir können Sachen in die Luft jagen und dich halt test test und jetzt bitte diese ganzen Kohlenhydratketten auswendig lernen äh ich glaub das ist das Geile wenn du dir die Sachen selber zusammenstellen kannst von dem was du wirklich lernen möchtest und da nicht abgefragt wirst also wenn du sagst ich möcht jetzt aber lieber Philosophie machen dann ballerst du dir halt drei Stunden auf YouTube Philosophie und dann musst du nicht mal einen Test schreiben hm ja ich mein du hast ja auch einfach äh ja also ganz andere Interesse so Interessenschübe ich hab das dann wenn ich arbeite denk ich mir okay ich könnte jetzt das machen was ich eigentlich machen müsste aber ich hab jetzt eher Bock auf das und dann hab ich das halt schon mal vorgearbeitet so also äh ist ja auch auch eine tolle Sache oder manchmal will man halt einfach nicht Deutsch machen wie jetzt wie jetzt Deutsch machen ich also Schule war auch ich hab keinen Tag bereut wo ich nicht ne also ich habe keinen Tag bereut an dem ich nicht mehr in der Schule war ja stimmt weil es sagen ja immer alle so oh du wirst es so vermissen Schule und so ist das geilste Zeit überhaupt nein nicht einen Tag danach ist alles viel geiler du musst du musst halt nicht ja genau genau ja du kannst ja ja genau du kannst dir quasi also in den besten Fällen ungefähr so ein bisschen aussuchen wo du dir arbeitest äh ja es ist halt natürlich es ist nicht alle haben da so viel Glück aber ja genau nicht jeder hat den perfekten super Luxus aber du hast trotzdem mehr Möglichkeiten dir eine angenehmere Umgebung zu suchen äh vor allem in einem Feld was du magst du musst nicht jedes Feld ein bisschen machen na vor allen Dingen das prinzipiell jedes Feld ein bisschen wäre ja eigentlich cool das ist ja das Absurde in Schule ich meine Kinder kommen in die Schule und Kinder wollen lernen das ist ja in der Natur so 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 den eingebraint äh weil saugt alles auf ja ne Kinder wollen lernen sind lernbegierig weil so tickt der Mensch weil wir müssen ja lernen damit wir dann irgendwann schöne Elefanten töten können ähm und Mammuts Kinder freuen sich erst auf die Schule und zwei Tage später ist so von wem was zum Fick weil es halt lernen kann Spaß machen aber Schule macht keinen Spaß es ist einfach nur frustrierend ätzend und kacke und gehört verboten ich glaube das Problem ist auch dass viele Lehrer halt gut in ihrem Gebiet sind aber nicht gut unterrichten können also du musst ja eigentlich als Lehrer auch viel mehr Moderator sein oder Entertainer sein um das irgendwie cool rüberzubringen und das hab ich halt immer gemerkt bei Lehrern die das halt konnten hast du viel mehr aufgepasst und es war auch viel interessanter du hast viel mehr gelernt weil irgendwie so keine Ahnung also Biostoff in der achten Klasse das kann man sich auch so anleeren aber ähm vernünftig unterrichten das musst du können irgendwie aber das können halt viele Lehrer nicht das ist halt auch Schule ist halt auch übelste Glückssache was du für Lehrer hast ja du hast halt auch ähm wir hatten sehr viele Lehrer mit denen ich halt immer sehr große Probleme hatte die halt eine sehr starke autoritäre Mentalität hatten die halt quasi denen es ja nicht nur darum ging den Schülern was beizubringen sondern auch die Schüler zu erziehen aber in der Richtung aller ähm ne wenn du krank bist musst du trotzdem krank zur Schule fahren und deinen ähm ähm zettel abgeben dein Attest ja dass du krank bist weil sonst weiß man ja nicht dass du wirklich krank bist ja weiß ich wie oft ich diese Geschichte schon mal erzählt habe ja ja das war mal das musste ich mal machen da war ich super todkrank und meine Mutter war äh nicht da die war im Urlaub äh wofür sie heute bis heute noch schlechtes Gewissen hat ähm sind wir letztens erst drauf gekommen äh aber ja ich musste dann todkrank musste ich mit dem Fahrrad zum Arzt im Winter und dann mit dem Fahrrad weiter in die Schule um da das Attest abzugeben damit ich dann wieder nach Hause gehen kann mich hinlegen kann und sterben später im Arbeitsleben ist das auch so was nicht stimmt ja du musst dich melden ab dem dritten Tag sollte man dann irgendwie ist ja meistens so ein Attest einreichen aber wenn du sagst so Bro ich heute geht nicht dann sagen viele ja ich meine wenn du halt irgendwie irgendeine wichtige Position hast musst du halt anrufen dass die halt Ersatz finden und sowas das ist ja okay und so ist es ja auch in der Schule aber ja dieses autoritäre und ich weiß nicht was es für eine Mentalität ist wir hatten bei uns halt auch Lehrer die hatten diese Mentalität je schlechter die Noten sind desto härter ist ihr Unterricht desto besser ist es desto krasser zeigt es ja was sie leisten ich glaube die wurden auch selber einfach gequält in der Schule und wollen das so an die nächste Generation weitergeben so wie irgendwie Ältere es irgendwie blöd finden wenn jüngere Privilegien eingeräumt bekommen die sie halt nicht hatten oder so also deshalb werden ja auch irgendwie gibt es so Aufnahmerituale oder sowas bei der Bundeswehr oder so weil die sagen wir mussten da durch dann müsst ihr da auch durch und ich glaube so ist das bei Lehrern manchmal auch ja das haben wir immer so gemacht deswegen machen wir es jetzt auch weiterhin so ja genau never touch a running system auch wenn es scheiße ist aber ich habe das Gefühl auch in der Schule werden auch ganz komische Schwerpunkte gesetzt also du hast dann so Themengebiete die so mäßig interessant sind die werden halt ein halbes Jahr irgendwie durchgeballert wo du dir eigentlich denkst es gibt doch also so viel mehr also ich weiß wir haben also der Bereich Astronomie in Physik ist ja sehr weit und sehr interessant meiner Meinung nach aber wir haben irgendwie halbes Jahr Zentrifugalkraft gemacht ja und dann macht das halt nicht mehr so Bock plötzlich und dann hast du halt keinen Bock mehr auf Physik ja ich hatte es ja jetzt kurz gesagt ganz viel reingeballert und irgendwie war ich so entsetzt so dass ich halt plötzlich verstehe wie eine Sonne funktioniert und ich mir dachte das ist ja überhaupt nicht kompliziert so da ist ja jetzt nichts wirklich besonders schwierig das macht bumm das macht einfach bumm ja es macht bumm bumm weil gravity und so viel Masse macht viel Aua in der Mitte aber dieses dieses Lernen wollen das muss man sich erst wieder aneignen also das hatte ich auch dass ich mit einem Kollegen aktiv hingegangen bin und im Planetarium so einen Kurs belegt habe der dann irgendwie abends jede Woche war wo man da hingegangen ist und dann saßen wir da so zwischen ja so Frührentnern die dann irgendwie mit 60 da hingegangen sind mit ihrer Mappe und dann was über die Sonne lernen wollten und das war auch wirklich so auf ja fast Uni-Niveau würde ich sagen weil dann eine Dozentin irgendwie kam und uns das dann erzählt hat und wir waren so die Jüngsten mit 40 Jahren Abstand gefühlt wow aber das ist ja cool dass dann noch alte Leute das dann machen weil das ist ja genau was wir meinten dass die jungen Leute das gemacht haben ja alle sollten es im Endeffekt machen ich meine die Rentner haben wahrscheinlich mehr Zeit dafür aber lernen ist cool und es tut ja auch den Gehirn gut und es gibt unglaublich schöne Kanäle auf YouTube die einem was beibringen können hier auf diesem Bildschirm packe ich auf jeden Fall fürs nächste Video was wir gleich drehen nach dir drehen wir ein tolles Video mit Alkohol da packe ich hier drauf Lernen ist cool hey Kids nehmt keine Drogen wisst ihr was cool ist Lernen ja wir haben auch einen Alkoholtester endlich wir können also gucken wie viel wie viel Promille wir haben so ein Geichter oder so ein Grammiger genau Alter schreibt gerade von wegen wir wissen alles nur auf Leihenniveau aber darum geht es ja dass man von allen ein bisschen weiß so grob dass du halt irgendwie mehr wissen willst du bist angefixt weißt du das ist so deine Einstiegsdroge das ist der Brokkoli den du genascht hast und dann denkst du ja Heroin man aber ich will jetzt auch ich will jetzt auch nicht berechnen können wie viel Tonnen Wasserstoff die Sonne jede Sekunde verbrennt ich will einfach nur wissen dass das passiert ja ich meine dass man ja zumindest weiß dass nicht die Sonne wie so ein Stück Kohle in der Luft ist die einfach brennt so sondern dass es ein bisschen was anderes ist das reicht ja so Grundlage Biologie Grundlage Physik Grundlage Chemie dass du von allen ein bisschen weißt aber jetzt natürlich nicht auf ne im Studiumniveau weil gerade diese Grundlagen kannst du eigentlich relativ schnell erreichen so und das ist ja das Schöne so Allgemeinwissen halt einfach Allgemeinwissen ist gut ich weiß noch da bin ich ganz stolz drauf ich hatte in der Grundschule oder so das war weiß nicht dritte vierte Klasse oder sowas und da gab es ja nicht so richtige Noten aber es gab so so ungefähr ein Dinger und ich habe super viele Pluspunkte bei Allgemeinwissen gehabt da war ich immer richtig stolz drauf und das Geile ist wenn du also bei mir ist es so wenn du Kindern so einpflanzt so hey das ist gut die Richtung die du gehst was du machst toll dann habe ich auch mich mehr dafür interessiert also das noch mehr mein Allgemeinwissen zu erweitern irgendwie hier wurde Mut gemacht ja wir wurden Mut gemacht was ich wurde nur demoralisiert Alter das ist auch das einzige Positive naja ich hier viele im Chat haben auch geschrieben sie haben einfach nur posttraumatische Belastungsstörungen von Schule also vor allem sozial kann ich mir das vorstellen auch ja ich meine es ist oft dass Lehrer so nach dem Motto sind so von wegen ja also der sollte ja jetzt nicht überfordert werden steckt ihn mal lieber in eine Hauptschule weil dann ist der ja lieber da mit seinen gleichen mit den dummen Dreckskindern so also nee also Schmutz zu Schmutz ich weiß nicht warum ich war in der Grundschule die Arme Hauptkühler war ich im Mathe also wir hatten Mathe irgendwie nochmal so einen extra Kurs gehabt also wir hatten normales Mathe und dann hatten wir irgendwie ein oder zweimal die Woche so einen Mathe Kurs gehabt der aufgeteilt wurde in dumme Kinder normale Kinder und schlaue Kinder und ich war eine Zeit lang bei den dummen Kindern in Mathe und das ergibt zu Recht und das ergibt null Sinn weil danach war ich immer komplett unterforderten Mathe und ich war immer das Ass im Ärmel für den Mathelehrer wenn es kein anderer wusste hat er immer mich rangenommen weil er immer wusste dass ich es immer weiß obwohl ich nicht zugehört habe so also irgendwas haben die Lehrer da falsch gemacht ganz klar und ja ich hatte mehrfach so eine Situation auch mit unseren den jetzt Bürgermeister von Falkensee der mir runter gemacht hat von wegen also Richtung Film und sowas das wird nicht mit dir also da musst du schon noch an dir arbeiten das musst du also da muss man viel krasser sein als du und man darf keine langen Haare haben und man muss sich ich hoffe du hast dran gearbeitet vielleicht ein bisschen aber ich hab mir keinen Anzug gekauft ich war mal in Mathebegabtenförderung da wurde ich empfohlen von meiner Lehrerin und dann bin ich da reingekommen das war so eine Sonderklasse nach dem normalen Unterricht und wir haben einfach nur so ein halbes Jahr so Gitter gebastelt von Würfeln die ja unterschiedlich angeordnet sein können wenn du die zusammenfaltest ist es ein Würfel und da gibt es halt verschiedene Konstellationen und die haben wir halt aufgemalt und ausgeschnitten und zusammengeklebt und das war die Arbeit in einem halben Jahr okay ich meine dieses und es war sicher dass es eine Förderung war also ja wirklich wirklich aber das Problem war der Lehrer war halt nicht begabt ja Mathe ist schwierig wenn der Lehrer nicht erklären kann weil Mathe ist schwierig zu erklären an sich für Leute die nicht so gute Mathe sind ja das Problem ist auch das hatte ich auch bei meinem Infolehrer dass er halt das Thema sehr gut konnte aber er nicht gecheckt hat dass wir das nicht checken also aus seiner Perspektive war das alles voll logisch aufgebaut und total einfach aber wenn du das halt nicht kannst dann nicht und dann war er immer wütend dass wir das nicht verstanden haben weil das doch so einfach ist ja ich glaube bei Mathe ist auch das Problem dass Leute einfach unterschiedlich denken und dass manchmal Lehrer halt eine andere Art haben zu denken als du und dann verstehst du es einfach nicht und dann hast du Lehrer der genau dann hast du aber mal einen Lehrer mit dem du halt der halt eher so denkt wie du ähm und dann verstehst du es auf einmal ja oder du brauchst halt nur mal eine andere Formulierung und dann also allein von der Erklärungsweise weil das ist eine Sache die bei bei Logik relativ wichtig ist ähm oder es gibt nicht nur eine Lösung also es gibt eine Lösung so 1 plus 1 ist 2 ähm aber es gibt mehrere teilweise mehrere äh Wege wie du da rankommst manchmal sind die dann vielleicht ein bisschen dumm äh aber nur weil du einen anderen Lösungsweg hast äh der dir lieber liegt äh bist du jetzt nicht dumm oder merkwürdig so diese riesen Diskussion auf Twitter vor einem Jahr oder so wo äh das was war das Kommutativgesetz äh in der Grundschule äh mit den Fingern ja eventuell äh haben wir das nochmal aufgegriffen in einem Video an dem wir noch arbeiten ähm weil mich das halt richtig ankotzt dieses von wegen Kindern zu sagen also das finde ich absolut fatal Kindern zu sagen dass diese Art zu denken falsch ist und ich fand es halt so faszinierend dass was die Leute halt dazu geschrieben haben dass die halt nicht gescheckt haben dass sie grad selber super dumm sind also kurz zur Erklärung ähm äh es geht um dieses vier Finger warte mal ähm ne es sind fünf also vier mal fünf Finger geh mal hier guck mal du kannst ja du hast halt nach vorne hier genau da haben wir sie wie schreibt man das als Rechengabe auf das was wir gerade zeigen ähm genau und da war das halt ähm für die Leute die zuhören wir zeigen gerade alle unsere beiden Hände also jeweils also vier mal mein Gott doch vier mal fünf und das Prinzip ist ja ähm äh die also vier mal fünf ist das gleiche wie fünf mal vier mathematisch gesehen da gibt es keinen Unterschied ähm aber den Kindern musst du halt beibringen dass es ja vier Hände sind mit fünf Fingern weil die Leute ein bisschen dumm sind und denken wenn das andersrum aufgeschrieben würde dass das Kind denken würde es wären fünf Hände mit vier Fingern aber ich muss aber Partei ergreifen tatsächlich für diese ähm Korrektur also es wurde dann glaube ich als falsch gewertet und das finde ich auch Schwachsinn ich hätte aber auch nicht die volle Punktzahl gegeben weil du in dem Stadium die was ist das Kommutativgesetz glaube ich das hast du halt noch nicht das hast du halt noch nicht und in dem also das ist ja zweite oder dritte ähm Grundschulklasse geht es erstmal darum ein Bewusstsein zu entwickeln zwischen Multiplikator und Multiplikant weil du das Multiplizieren über die Addition lernst also du lernst fünf plus fünf plus fünf plus fünf kann ich auch zusammenfassen in vier mal fünf und diesen Erklärungsansatz machst du halt zunichte wenn du das andersrum machst und deshalb ja aber das ist eben die Sache du erklärst dem Kind die Art und Weise wie du es berechnen würdest und sagst dem Kind du musst es so berechnen wie ich es berechne und lässt dem Kind nicht die Möglichkeit eigenständigen Lösungsweg zu finden und seine eigene Methode zu finden das zu rechnen weil ähm die Frage im Endeffekt worauf es hinauskommt ist was zählst du zuerst die Hände oder die Finger und wenn das Kind zuerst die Finger zählt und dann die Hände aber du nein 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 du kannst es ja nicht weil du hast ja du hast du musst ja davon ausgehen du rechnest ja viermal eine fünffringige Hand du machst das das ist halt dieses Ding ich mach das nicht das war ja aber die Aufgabe aber ähm deshalb ich hab das ja auch geschrieben und viele andere auch anstreichen nicht komplett falsch markieren aber im Unterricht besprechen damit die Kinder halt checken was passiert übrigens überhaupt da dann hast du ja einen Wissensgewinn für alle wenn du sagst okay guck mal hier er hat das so gerechnet das geht auch weil so und so und dann haben alle Kinder was dazugelernt das ist ein guter Punkt aber das allerwichtigste an der ganzen Sache ist doch Punkt geht vor Strichrechnung das außerdem aber was ich halt faszinierend fand war halt dass die Leute halt denken wenn du halt vier mal fünf oder fünf mal vier umtauscht dass dann plötzlich vier Finger da sind und fünf Hände was ja falsch ist weil wenn du X und Y tauscht heißt ja nicht dass X und Y ähm nicht immer also dass die Variablen plötzlich einen anderen Bezug haben versteht ihr? vielleicht vielleicht sollten wir das nochmal ähm uns genauer in eurem Video angucken das ist auf jeden Fall in unserem Video erklären wir es jetzt nicht genau äh überhaupt nicht erklären wir das weil es ist satirisch es ist ein Sketch also es ist kein kein inhaltliches Video ähm das Ding ist manche Menschen haben andere Lösungswege und sehen etwas erschließen sich das komplett anders ähm und ich war meistens dieses Kind was halt komplett andere Sachen gerechnet hat also ich hatte schon die Situation und der Tiss wurde deswegen ja ich hatte oft das war von wegen dass der Lehrer dachte von wegen ja Learwick der hat's verstanden kannst du mal bitte erklären wie du den Lösungsweg gedingst hast dann hab ich irgendwas erklärt und der Lehrer war so was? äh okay Kinder vergisst was er gesagt hat ähm und hat's dann auch mal erklärt und deswegen es du gibst halt ein Kind was einfach anders denkt aber richtig denkt also in Endeffekt halt sehr kreativ ist oder sehr sehr äh ähm pfiffig ist das Gefühl dass die Art und Weise wie das Kind denkt dumm ist obwohl das halt falsch ist man muss halt davon ausgehen dass manche Gehirne anders funktionieren das heißt aber nicht dass sie falsch funktionieren wobei man auch sagen muss manchmal muss man sich an der Aufgabenstellung orientieren ich stimme dir auf jeden Fall zu ähm aber bevor die Diskussion zu lange wird ich bin der ich bin der ich bin der junge gewesen der den Lehrer erklärt hat dass die Aufgabenstellung falsch ist aber es macht ja einen Unterschied ob du vier mal sechs Flaschen Wasser hast was ja vier Sixer sind oder sechs mal vier Flaschen was Viererpacks wären ne nur nur halt im also im Realleben schon aber was er meint genau du hast am Ende die gleiche Anzahl Flaschen aber für den fürs Verständnis wie etwas aufgeteilt ist musst du es ja erstmal lernen dass das aber der Punkt ist ja gerade eben dass nur weil du die Zahlen anders aufschreibst in einer anderen Reihenfolge heißt das ja nicht dass du aus den Sixer Viererpacks machst trotzdem ähm das ist quasi zählst du erst die Anzahl der Packs oder zählst du erst die Anzahl der Flaschen in den Packs aber wie gesagt es gibt ja einen Unterschied zwischen Multiplikator und Multiplikant also das erste ist der Multiplikator mit wie oft du etwas mal rechnest und der Multiplikant ist wie oft das was wie oft mal gerechnet wird ja dass das Ergebnis das gleiche ist ist klar aber bevor wir uns hier im Kreis drehen werde ich das hier mal kurz abbrechen ähm die Standpunkte sind klar es ist ähm es gibt keinen Gewinner in dieser Diskussion äh aber ich krieg die volle Punktzahl so ich glaub wir verrennen uns äh genau es ging ja vor allem um den Punkt dass ja ähm Schule scheiße ist ähm ich mag halt nicht dieses dieses Denken dass du halt alle Kinder auf den gleichen Nenner bringen musst äh von wegen wir müssen denen alles aus den Köpfen rausradieren und dann wieder von äh äh neu aufbauen damit sie alle so denken wie der Mathelehrer es für richtig hält sondern du musst halt einsehen dass Lehrer also Schüler unterschiedlich sind unterschiedliche Stärken unterschiedliche Arten Sachen anzugehen und die halt individuell fördern und diese Individualität wird null gefördert in der Schule so ja allein dass du Mathe bis zu zwölf machen musst oder irgendwie also ne manche wollen das auch einfach nicht sondern manche denken sich ja aber aber auch nicht alles was du da machst also Vektorrechnung und sowas weiß ich nicht ob ich das gebraucht hab aber es hilft finde ich auf jeden Fall so eine gewisse ein gewisses logisches Denken auch zu fördern also man muss sich da schon mit so Problemen quasi beschäftigen finde ich die einen ja die einen vielleicht auch auf andere Art und Weise helfen ohne dass man es direkt merkt aber ja fand Mathe jetzt auch immer nicht so das nice ich glaube wir haben genug über Mathe geredet oder was ich glaube wir haben genug über Mathe geredet ja genau genau wollen wir nicht noch über Prozentrechnung gehen weil ich mag die Wahrscheinlichkeit das ist witzig das konnte ich tatsächlich nie ja das war immer das Albtraum das war immer der Albtraum von allen und ich konnte es hab's geliebt toll Ricardo toll okay vorhin springen wir dann genau wir springen ganz woanders hin ich hab in den in den Titel von diesem Stream hab ich reingeschmissen irgendwas mit der große Subreddit Krieg oder sowas zwischen uns das war das war irgendwann mal am Anfang als wir unseren Subreddit aufgemacht haben ähm gab es denn diesen ja dieses krasse hin und her das hast du ja auch mitbekommen und glaube ich auch du hattest das auch in einem Video hattest das glaube ich ja auch einmal äh irgendwo oder also wir hatten auch anspiegeln immer wieder ich mein auch ja ja ähm ist aber keine eigentlich ist es ja keine keine große Sache ich hab's immer nie verstanden warum da Leute so ein Ding draus gemacht haben ist doch ein Scherz äh also das ist ne aber manche nehmen es dann ja ernst das ist ja das Krasse an diesen Dynamiken ich hab's auch jetzt bei unseren Subreddit war auch so ein bisschen das Ding dass Leute halt rumgescherzt haben wegen ähm FDP-Wählern und linksgrün versifften Minecraft-Kommunisten bla und hin und her und dass es ein paar Leute ein bisschen zu ernst genommen haben weil äh Reddit ist halt auch immer viel Shitposting und dann beschweren sich Leute dass in unseren Subreddit geschitpostet wird wo ich mir denke so wir sind ja auf fucking Reddit so wir sind ja auf einer fucking Meme-Seite so chillt mal ja wird bei euch viel geschitpostet äh es geht eigentlich also ähm ich glaube euer Forum hat uns das auf jeden Fall deutlich überholt mittlerweile ähm einfach auch weil die Aktivität nicht mehr so krass da ist also wir gucken im Stream hin und wieder rein aber ähm ihr seid ja auch ein bisschen größer vom Kanal ähm aber ich fand den Konflikt an sich generell sehr schön aber meistens ist es relativ also ich find's auch eigentlich normaler Content würd ich sagen jetzt nicht so wo man sagt so oh was ist das denn für ein Scheiß ne ich find das ist äh eigentlich ist es ja anregend kreativ anregend aber irgendwann wissen die Leute nicht wann gut ist ja da werden manchmal so so Running Gags sehr lange gerannt wo du dir auch denkst so ah da würd ich jetzt mal stehen bleiben ich hab auch langsam verstanden dass ich ein Lauch bin das hab ich verstanden wirklich? ja ich sag's ja auch selber immer wieder du kannst sicher wir haben ja auch wir haben ja auch den Dauer-Gag bei uns im im Podcast gehabt den da der dann auch irgendwann sehr ausgelutscht war dass Flo Heider mit dem ich ja BrainPan zusammen mach äh klein ist und äh dann haben sich die die Witze immer weiter gehäuft und gehäuft und irgendwann hat er hat auch gesagt so okay wenn wir das unter uns machen ist das halt witzig aber wenn du das halt jeden Tag von zig Leuten immer wieder von außen hören musst ist das irgendwann nicht mehr witzig so ah ja das ist doch ein super Thema ich weiß wo wo eine Sache wo wo auf jeden Fall ähm die Leute ein bisschen übertreiben ist halt äh wenn sie dann halt zu anderen rüberspringen die nicht wirklich da mit drin sind also ich weiß halt äh wir haben ja Antifa Baby zum Beispiel und ich find's ja auch in Ordnung dass die Leute da halt Jokes machen und sowas aber äh wenn sie dann halt zum Beispiel zu meiner Freundin rüberspringen und da dann bei Instagram die ganze Zeit da irgendwie ähm merkwürdige Jokes von uns machen ist dann immer so ein bisschen so das geht jetzt ihr springt quasi in eine andere Community die eine ganz andere ähm Art und Weise hat ähm und die das vielleicht nicht so witzig findet ja wir haben's dann auch thematisiert wo wir auch meinen ist das eigentlich schon Bodyshaming weil ob du jetzt sagst haha der ist aber fett oder haha der ist aber klein wo Flo auch meinte ich kann halt nichts für für meine Größe plus ich glaub er ist 1,73 oder so wo auch Leute geschrieben haben so oh das ist ja gar nicht klein ja also das ist auch nur ein paar Zentimeter kleiner als ich jetzt bin ja ich bin ich weiß noch nicht genau wie groß ich bin aber ich bin auch gestaucht ja ich glaub ich bin 1,79 ungefähr könnte größer sein wenn man mich einmal auseinanderziehen würde aber das ist relativ Schmerz ich bin langsam oh du wow du bist ein Zentimeter größer ja wo man natürlich sagen muss zum Thema Bodyshaming ist halt natürlich auch es ist immer die Sache wie es die Person mag weil es gibt ja durchaus Leute ich steh auf Bodyshaming naja wenn jetzt ähm ähm wenn jetzt jemand Witze über sein Gewicht macht ähm ist das ja auch quasi ein Zeichen von also allgemein wird es eher als Zeichen von Größe aufgenommen dass du quasi darüber verarbeitest im Sinne von ja ich hab halt diese Problematik oder diese Sache aber ich ja ich mach jetzt Scherze darüber ist halt so im Sinne von ich hab's verarbeitet ähm ist halt natürlich dann wie jemand anderes das macht dann und du selber nicht witzig findest dann ist es ja Bodyshaming so also ist aber die Frage wer es macht wie es macht so ähm genau ich glaub wie vor allen Dingen also ob du jetzt sag also irgendwie dir einen gut ausgedachten Gag bringst zu dem Thema oder ob du halt sagst so äh der ist fett äh der ist klein so da ist ja nochmal ein großer Unterschied ja ja ich mein aber Steven hat ja auch bei Lauchwitzen mitgemacht und ich meine eine Zeit lang gut wir eine Zeit lang hatten wir Lauchwitze und eine Zeit lang hatten wir eigentlich nur Witze im Subreddit darüber dass ich nicht richtig sprechen kann ähm was auch stimmt wobei das lustig ist im Gegensatz zu dem Lauchwitzen aber irgendwann ist der Gag auch tot das ist nochmal eine andere Sache aber ich hab kein Problem damit äh weil es halt stimmt ich bin ein bisschen wenn es um Sprachen geht so ein bisschen dumm im Kopf wo dann teilweise lustige Sachen rauskommen ich meine wir haben ja jetzt auch Rechtschreibungstests gemacht ich bin super schlimm in Rechtschreibung so aber ne also im im Stream ging das eigentlich voll gut da warst du eigentlich richtig gut aber das Ding ist wenn du quasi einfach drauf also drauf los schreibst achtest du halt nicht auf die Form sondern es geht dir halt um den Inhalt und dann ist halt alles all over the place bei dir ja ich hab vor allem auch teilweise glaube ich ist es auch so ein Ding dass ich im Gedanken schon zwei Sätze weiter bin ja und einfach nicht hinterher komme mit dem Schreiben ja ähm was auch immer es ist ich hab damit kein Problem dass da Jokes drüber gemacht werden weil ich fühl mich damit nicht angegriffen aber wenn jetzt aber manche schon ja aber andere fühlen sich eventuell damit angegriffen wenn sie halt ja ich hab jetzt zum Beispiel auch nicht so diese Lauchprobleme hab ich jetzt auch nicht weil ich mich jetzt nicht wirklich wie ein Lauch fühle ich bin mich sehr stark hast du nicht einen richtig normalen Körper eigentlich ja ich hab eigentlich außer dass meine Arme jetzt nicht wirklich dick sind aber das ist jetzt man muss zwischendurch schon sagen ich meine du hast eine Zeit lang ich weiß nicht wie es jetzt ist weil ich weder mein Gewicht gerade kenne als auch dein aber äh du hast eine Zeit lang 20 Kilo weniger gewohnt als ich das stimmt und wir sehen ich bin jetzt nicht ich bin jetzt nicht super dick ich hab ein bisschen Bäuchlein so das war schon das Ding war schon sehr dünn so das ähm ja nicht ungesund dünn aber es war schon so ein what the fuck wenn man sich auf den ersten Blick sieht 20 Kilo Unterschied das ist schon ein bisschen aber ich hab halt leichte Knochen Entschuldigung äh aber hast du dann irgendwann auch mal überlegt dann irgendwas zu machen in die Richtung an ja ich hatte oder Kraftsport oder sowas äh ich hab tatsächlich mit Flo zusammen also nicht dein Flo sondern hier unser ähm LeFloid Flo äh hab ich angefangen so richtig Aufbautraining zu machen und so und dann äh warum hast du wieder aufgehört ich hatte zu viel Stress weil ich nebenbei noch ein Haus baue und ähm das dann hatte ich Gürtelrose und dann hab ich mir den 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 Nacken verzerrt irgendwie und dann ähm hab ich gesagt okay ich mach jetzt erst mal ich will jetzt erst mal umziehen dann das alles hinter mich bringen und dann mach ich wieder mach ich weiter mit dem Sport weil das einfach zu viel ja so ein Hometein einrichten ja aber ich hab dafür keinen Platz so ein großes Haus hab ich nicht gebaut was das planst du nicht ein neben deinem Billardzimmer und deinem ne zum Glück bin ich nicht ganz so die naja ne die kann den keine ne ich hab nicht so die ich hab's ne ich fühl mich damit auch unwohl wenn ich zu zu viel habe ich mein allein ein Haus zu haben ist schon eigentlich zu viel für den Durchschnittsbürger aber ich kann auch einfach sagen dass du dir jetzt nichts leisten kannst also nicht so viel leisten kannst ja ich kann mir auch nicht viel mehr leisten das ist auch richtig als die 130 Quadratmeter wir sind nicht in den Top 100 der der Streamer-Leaks drin gewesen ich hoffe das ist auch dann nicht so dass man so komische Kommentare kriegt wenn wir machen ein Haus äh Vlog-Video wahrscheinlich auch noch so und äh ich muss mir ganz normal wie jeder andere auch einen Kredit holen von der Bank okay ich kann das nicht alles aus der Tasche bezahlen mein 200 Millionen Euro ich meine bei Verdienst von von YouTubern ist ja immer so sehr 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 unterschiedlich weil entweder entweder ist es so nach dem Motto was ihr könnt davon leben oder ihr seid doch bestimmt Billionäre oder ihr habt doch hier bestimmt schon in der Besitzung bestimmt schon Hälfte Apple irgendwie nichts so dazwischen wobei ich hab mir mal im Stream jetzt die Häuser angeguckt die Unge gerade äh auf Madeira baut und die kosten ja also die kann man ja grad kaufen er hat ja so ein so ein Unternehmen gegründet zum Villenbau was eigentlich ziemlich smart ist ähm aber ich glaub so ah was war das 2,6 2,6 Millionen glaube ich kostet eine Villa aber aber okay aber direkt nebeneinander auch also du hast ja mit Grundstück glaube ich aber so also da ist nur so eine Hecke zwischen und da würde ich auch nicht wohnen wollen also für 3 Millionen will ich auch ein bisschen weniger Nachbarn ja ähm was wollte ich dazu sagen warte mal Unge ja ich mein ich frag mich dann bei so den Leuten der hat sein YouTube Ding oder Live Ding halt und das funktioniert richtig gut er findet richtig viel Kohle und dann ist ihm das nicht mehr quasi genug diese Herausforderung oder ist es keine Herausforderung mehr sucht er sich jetzt also warum nochmal denn ne jetzt um Immobilienmakler werden sag ich jetzt mal obwohl es nicht stimmt man muss halt auch sagen manche manche Leute sind halt auch mehr äh Geschäftsmänner also ich könnte das überhaupt nicht das war überhaupt nicht mein Ding ich denk mir so ey wenn ich einigermaßen ausgesorgt hab oder sonst irgendwas so dann chill ich halt dann mach ich halt nur so ein bisschen weißt du aber ich glaub das ist wie wenn du wenn du Monopoly spielst und du hast so das Wasserwerk und das Strom Kraftwerk irgendwie dann denkst du dir ja also Schlossallee könnte ich jetzt auch noch kaufen wo ich glaube auch so eine Mentalität ist also es gibt halt manche Leute die sind halt echt krass pfiffig was Geschäfte betrifft und wissen halt genau wie sie halt Geld aus ihren Dingen rausdrücken müssen und für uns war es ähm eigentlich immer so dass wir wir hatten genug und hatten eigentlich eher so das Gefühl also immer Angst quasi was damit zu machen ähm weil wir nie in die Situation kommen wollten groß Ausgaben zu haben weil wir dann ja Druck haben so und das äh wir sind keine Geschäftsleute wir können also lieber ein kleines bisschen zu viel was wir nicht brauchen und halt lieber nur ein kleines Business haben was wir ja immer noch haben ähm aber dafür halt dann kein Stress kein Druck dass wir halt Videos machen müssen blablabla weil das würde uns killen so ähm aber ich seh uns halt auch nicht als Geschäftsmänner Nö sind wir nicht wir sind der Creator Unge scheint durchaus ein krasser Geschäftsmann zu sein was jetzt nicht heißt dass er nicht noch oder geworden ist äh Creator oder sowas ist aber er scheint da auf jeden Fall drin zu sein so ein paar andere ich meine ein krasses Beispiel auch ist es ja Dagi Bee so die ist ja nur noch Geschäftsfrau aber wenn du wenn du siebenstellig auf dem Konto hast und dir dann denkst du okay ich hab jetzt schon irgendwie alles ausprobiert ich hab jetzt Aktien ich hab jetzt Krypto und das Geld kommt halt trotzdem noch so rein so was mach ich jetzt damit und dann machst du halt so einen Kram ich bau ein paar Billen ja andere Sachen machen äh ja wahrscheinlich schon vielleicht auch ein bisschen keine Ahnung was spenden aber vielleicht spendet er ja ganz viel auch weiß ich nicht keine Ahnung aber dann also er hätte dann so viel Geld dass er statt den Spenden einfach direkt das Geld nehmen könnte um irgendwie so Kinderheim bauen oder sowas ja das ist auch nicht das Ding ist glaube ich halt ähm Leute die jetzt nicht so ne krassen Geschäftsmänner sind werden halt glaube ich auch sehr selten krass reich und deswegen gibt es nicht so viele Leute die halt durch irgendwie durch Glück dann halt so reich wurden und dann halt das irgendwie ganz anders eingehen also ähm ein Beispiel den ich kenne ähm der halt Glück hatte und super reich wurde ähm das passt sogar gerade ist Concerned Ape der Entwickler von Stardew Rally ähm sagt dir was oder ja vom Namen also ich hab's nie gespielt aber ich kenne das Spiel an sich der hat sich halt alleine entwickelt und es ist ein riesen Hit geworden und dadurch auch selbst wenn es halt nicht so viel kostet hat er halt seine Kohle gemacht so ohne Ende und was hat er gemacht er hat sich ein paar Leute eingestellt damit er weiter an seinen Spielen programmieren kann weil das seine Leidenschaft ist so äh und er hat jetzt gestern sogar ein neues Spiel angekündigt und es sieht auch sehr sehr liebevoll aus und alles so und ähm ich glaub so ne Beispiele hast du relativ selten so also Leute die halt irgendwie halt Glück haben irgendwie ein gutes Buch geschrieben haben und dann halt ja eigentlich noch sechs weitere schreiben ja einfach so ja einfach ihre Leidenschaft weiter folgen und halt nicht so krass wobei also war das nicht so ein bisschen auch Nirvana mäßig dass die ja erfolgreich geworden sind und das immer so hinterfragt haben und gesagt haben so eigentlich wollen wir das gar nicht ja die sind ja super eigentlich so super Indie gewesen dieser Grunge ja genau ich glaub da ist halt natürlich auch dann ähm wenn du halt diese Aufmerksamkeit hast ist halt ätzend also ähm ja alle gucken auf dich oh das sind die neun aufgehenden Stars mal gucken was die als nächstes machen ja ja aber das ist ja bei wenn du irgendwie wie ist das Stranded Valley hast also da guckt ja jetzt keiner so oder Stardew Stardew der Sternentau das Sternentau-Teil er ist nicht gestrandet aber da sagt ja keiner so boah ist das nicht der Entwickler also vielleicht ein paar aber so im Vergleich zu Nirvana ist das schon ein Unterschied ich meine das ist ja auch etwas wo wir ja auch echt noch Glück haben ähm dass wir ja nie diese Größe hatten dass uns Großpaparazzi oder irgendwie sowas jagt so weil ich hätte auch keinen Bock auf diese auf diese Rezo-Aufmerksamkeit die ist ultra ätzend also die Bild-Zeitung bei dir klingelt oh ja ja wurde ja verfolgt hattest du schon mal so etwas unangenehmes irgendwie äh mit Presse nicht ne zum Glück das hatten wir auch nichts wir hatten cringy Interviews ja cringy Interviews aber ich meine die interessieren sich ja einen Scheiß für uns ähm und das ist angenehm weil das da tut mir Weezo leid weil ich meine der hat ja auch schon merkwürdige Twitter-Shitstorms gehabt also einerseits natürlich die ganzen Rechten und bla die hassen die ganzen Konservativen die ganzen CDU-Leute aber auch irgendwelche anderen Leute die halt neidisch darauf sind dass er jetzt irgendwie ne der Dude ist der so viel Aufmerksamkeit kriegt und ihn deshalb haten müssen oder sowas ganz absurde ganz absurden Hate hat er abbekommen ähm das ja der kriegt auch noch erstaunlich finde dass er so gut damit noch umgehen kann ich wollte noch sagen zu dem ähm dass ihr nicht unbedingt ja so Erstrebungen hattet ähm reich und erfolgreich zu werden äh ich glaub das ist richtig ungewöhnlich mittlerweile also wenn ich mal durch meinen Instagram-Feed scrolle und ich like halt nicht so viel deshalb ist er sehr generisch kommt da immer so hier die drei Wege zum Erfolg fünf Sachen wie du dein Leben verbesserst und dann ist immer so früh aufstehen immer weiter lernen ein Business gründen wo ich mir immer denke so was ja nebenbei natürlich genau so mal eben und das ist der Punkt aber hast du hast du ein Business? ne oder? oder hast du außerdem Podcast quasi jetzt und oder Merge und sowas ich hab jetzt nicht ich hab jetzt nicht nebenbei noch äh weiß ich nicht ähm oh was würde was würde Klängern was würde ein Klängern machen? nebenbei noch neben YouTube das OnlyFan man muss aber natürlich auch sagen du hast ja auch je nach Plattform ist es ja auch unterschiedlich weil Instagram ist auf jeden Fall eine Plattform die halt zur Selbstpräsentation halt sehr also sehr ausgeprägt ist weil was machst du du zeigst dich selber du zeigst deinen Booty du zeigst dein dein nippres Face dein Geld irgendwas ähm während ja ähm zum Beispiel sehr sehr präsent äh also oder bei Reddit zum Beispiel merkt man sehr den Unterschied du kennst eigentlich nie die Leute die das posten so die gehen da total unter ähm weil da eine ganz andere Mentalität ist und die Leute auch von einer ganz anderen Mentalität angelockt werden ähm Twitter keine Ahnung was das für eine Mentalität ist ist aber auf jeden Fall auf eine andere Art selbst darstellig ich glaube es ist Selbstgeistelung eher also wenn du aktiv bei Twitter dir als Privatperson einen Account machst um dann so mitzudiskutieren ist auch schwierig manchmal ja Twitter ist schwierig was gibt's noch ja ich hab grad äh hier die die perfekte Antwort für dich für dein Nebenbusiness ähm im Chat ähm getragene Unterwäsche verkaufen das ist äh ein guter Plan eigentlich ja es kostet halt auch nicht also nicht so aufwendig ich mein du trägst halt am Tag ne Unterwäsche trage ich ja sowieso genau dann verpackst du die quasi und schickst die irgendwem der dir halt vorher was überwiesen hat und dann ziehst du dir neue Unterhose an machst du ja eh jeden Tag eben war ähm genau und du kaufst halt immer wenn du eine du kaufst halt ganz viel auf Vorrat dann sind sie nämlich auch günstiger was du sparst sogar noch im Gegensatz zu normalen Menschen normale Menschen pff und machst dann ein richtiges Business mit ist gut ich glaub ich würd's machen wenn ich eine Frau wär ich glaub da ist jetzt bei mir als Mann nicht so viel Bedarf aber allgemein aber die naja das ist riesig ich glaub da würd ich mich auch das ich mein das tut ja keinem weh das tut ja keinem weh ja das Ding ist das größte Problem glaube ich bei sowas ist also einerseits natürlich noch dass du halt sehr gejudged wirst wenn du halt Onlyfans oder irgendwie sowas machst weil dann deswegen erzählst du's kaum bringen halt Leute ab also Placements bla das wird ja immer noch so vor dem Weg oh mein Gott ähm was halt aber unangenehm ist ist glaub ich halt dass du halt Stalker haben kannst wobei ich das manchmal auch unangenehm finde bei Leuten wo du halt siehst okay die können vielleicht auch nicht so viel anderes die sind vielleicht auch nicht so kreativ und so und das hat auch irgendwie nicht so ganz funktioniert was die machen wollten und jetzt gehen die halt diesen Weg des einfachen Geldes und machen das dann also ich find das jetzt nicht blöde aber ich denk mir immer so irgendwie ein bisschen schade zu sehen ja ist halt die Frage wenn's halt Leute quasi aus finanziellen Nöten machen das ist halt natürlich nicht so cool also ich glaub nicht dass ich glaub nicht dass jetzt alle sagen so boah ich mach das weil ich das so toll finde und mich da so entfalten kann sondern wenn da halt irgendwie keine Ahnung nur ein Hunni pro Monat rumkommen würde dann will die es auch nicht machen das stimmt wohl wahrscheinlich auch aber gut ich mein es gibt auch Leute die haben gefallen an sowas ähm ja klar das stimmt oh Gott wir kommen hier von diesen Unterhosen-Stories kennt ihr diese Leute auf Twitter die so ähm auch ganz ich weiß auch nicht also ich folg so so ja so Shit Meme Accounts und die posten dann auch manchmal so oder retweeten so Shit wenn dann so Leute äh sich bewerben als Geldsklave oder Geldsklaven suchen oder sowas das ist plötzlich bin ich wieder in so einer Welt auf Twitter aber ich denk so bitte nicht was sind Geldsklaven das ist Gold Digger oder was ist das ja das ist so ein Fetisch die darauf stehen wenn sie irgendwie also die Frau hat dann wohl die Kontrolle über deren Geld so die sagen so ja gib mir jetzt 100 Euro und dann machen die das ohne Gegenleistung und finden das halt geil weil die so kontrolliert werden irgendwie ja ja ich meine Sexualität hat ja auch sehr viel irgendwie mit Macht zu tun also das ist ja offensichtlich aber du musst halt auch nichts erbringen als Dame dann also du kriegst einfach Geld geschenkt also na du musst es schon einfordern so leicht ist es nicht du musst schon sagen ich möchte es haben ja vielleicht kann ich das jetzt an der Stelle vielleicht mal sagen also ich würde auch gern Geld haben wenn irgendwer zuguckt der das möchte kann mir gerne Geld schenken ihr könnt jetzt gerne Geld spenden das überweisen wir ihm dann ähm danke ja ich meine es gibt merkwürdige Fetische Feten heißt es Feten merkwürdige Feten ähm wo man so von wenn man die nicht hat sich so denkt so ähm okay but how I don't judge but also das verstehe ich wirklich gar nicht wie man das geil finden kann dass man jemand anderem einfach Geld gibt weil das also du musst ja richtig hart dafür arbeiten und dann verschenkst du uns einfach für nichts ja dann musst du halt viel Geld haben wahrscheinlich also geht das schon weil du wirst ja obviously nur ausgenutzt also du bist der Person ja auch egal so ja aber irgendwie also es ist halt ich glaube wenn es so so in diese Richtung geht ist es halt auch sehr schwer zu verstehen weil da halt irgendwie irgendwelche primitiven Instinkte irgendwie anders getriggert werden auf eine Art die halt bei uns irgendwie nicht so getriggert werden und dann so ich weiß nicht ob man da überhaupt es Sinn macht versucht zu verstehen so nach dem Motto manchmal muss man Dinge nicht verstehen aber man kann sie ja stumm schalten und ignorieren ich meine sollen sie machen die tun ja keinem weh ja eben die tun ja niemandem weh ich finde das nur weird ja in der Tat Sex und so ja Sex und so ganz toll Sex sells eine wundervolle wundervolle Geschichte von euch jetzt können die Leute abstimmen was war besser das Mathe-Thema oder das Sex-Thema wir können es ja miteinander verbinden wir berechnen die Chance auf Twitter einen Sexsklaven zu kriegen und das durchschnittliche Einkommen was du dadurch erfahren würdest bei 10.000 Followern keine Ahnung als Mann als Frau als Frau wird sich das glaube ich lohnen tatsächlich keine Ahnung ja ich meine das ist ja eh also als Frau kriegst du als Creator ganz andere Sachen ab wie selbst ja also selbst kleine Creatorin die jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit sonst kriegen kriegen aber dann halt Aufmerksamkeit auf eine Art die sehr sehr weird ist die wir bei 1,2 Millionen Abonnenten nie bekommen haben das ist echt gruselig ich glaube ich weiß auch nicht ob sich das irgendwann überhaupt ändern wird aber ich hatte mal ich hatte mal so eine Videoreihe wo ich mir Leute angeguckt habe die mit null Zuschauern gestreamt haben und dann bin ich da reingegangen und war der erste quasi oder der einzige der zugeguckt hat und dann habe ich irgendwie so durch Zufall bei so einem Typen reingeguckt und er hat sich eine andere Streamerin angeguckt und er so boah die ist so geil boah und es war halt so du zeigst es live im Internet gerade was ist mit dir warum machst du das hör auf damit aber er er hat das für nötig geachtet ist für seine Art der Unterhaltung scheinbar oh Andy warte ganz kurz Andy oder Andi ich weiß es nicht der hat dir 5 Euro geschenkt oh vielen Dank für den Döner also nicht wirklich er hat uns 5 Euro geschenkt ja jetzt müssen wir jetzt geben wir dir einen Döner aus wenn wir uns das also wenn wir quasi zu euch kommen aufnehmen dann kriegst du einen Döner also wenn du überhaupt Döner magst ich weiß nicht sehr gerne sehr gerne und ich habe auch von einem ich weiß gar nicht wie ich drauf gekommen bin auf Twitter glaube ich durch Zufall es gibt einen Account der ist im im Ruhrgebiet unterwegs der heißt Dönerkunde auf Instagram und der ist Döner-Tester weil das sind ja es gibt ja keine Franchises das sind ja alles so einzelne Lokale und der fährt halt rum und testet die Döner macht immer ein Foto hat immer seine Küchenwaage dabei und seinen Teller und schreibt dann immer so Döner so und so in weiß ich nicht Essen wiegt 450 Gramm kostet so und so viel und dann so ja knusprig gebackenes Brot das Fleisch sehr würzig leider die Soße etwas zu wässrig so und so und mit sehr sehr vielen Buden und frisst sich einfach durch ganz Döner-Deutschland geil eigentlich das fehlt also na gut fehlt das ich frage ich weiß nicht so Google Maps oder so wirst du wahrscheinlich auch Rezensionen haben von irgendwelchen Dönerbuden aber da wird es ich gucke jetzt mal das klingt sehr viel spezifischer das finde ich eigentlich gar nicht schlecht das Ding ist hat der auch testet der auch so vegane Döner und sowas oder sowas tatsächlich ja also 7300 Follower hat der nur auf Instagram aber das müssen wir ändern also eigentlich nur Döner aber hin und wieder war auch glaube ich ein veganer Döner dabei also einen habe ich mindestens gesehen ja gut aber meistens kriegst du ja in Läden wo es Döner gibt auch sowas wie Falafel oder sowas oder zumindest Halloumi im Brot ja aber das macht er nicht also wenn das Döner ist die Frage wie weit vertreten das außerhalb von Berlin ist weil Berlin ist immer sehr sehr stark was vegan und vegetarisches Angebot also ich glaube generell außerhalb Berlins alles andere ist einfach so also auch wenn du Wurst oder so bestellst die nehmen das werfen das in die Fritteuse und dann ist das fertig irgendwann vermisse auf jeden Fall Döner ja aus irgendeinem Grund ist Dönerfleisch eines der wenigen Fleischarten die mit Gluten irgendwie gewürzt werden dass ich halt auch nicht eine Dönerbox essen kann aber kommt es nicht drauf an also ich hatte mal so ein Video gesehen wo es darum ging dass einige Döner sich nicht mehr Döner nennen dürfen sondern Drehspieß oder so weil der Dönerbegriff zumindest in Berlin glaube ich geschützt ist dass mindestens so und so viel Prozent Fleisch drin sein muss und die das Fleisch einfach strecken durch irgendwie was weiß ich Maisstärke oder keine also sie pappen da richtig viel Kacke rein dass es halt möglichst wenig Fleisch hat damit es möglichst günstig ist und dann darf es offiziell eigentlich nicht mehr dann Döner heißen das merkwürdigste ist da ja es gibt ja den den Mustafars Gemüse Döner der da Mehringdamm ist relativ ganz berühmt ja da ist immer eine Riesenschlange aber ist der wirklich gut ja schon gut wir haben einen haben wir den mal gegessen ich hab den immer gegessen aber ich fand zum Beispiel den bei uns quasi den Gemüse Döner völlig besser ja also wir hatten bei uns einen der das Ding ist halt ich hab halt nie bei Mustafars gegessen weil ähm du stehst da halt eine halbe Stunde an und ich stell mich noch nicht an den Döner eine halbe Stunde an das ist genauso wie Curry 36 hab ich nur einmal um glaube ich drei Uhr morgens eine Currywurst gegessen da musste ich nicht lange anstehen und hatten halt noch offen das war dann war es halt auch eine normale Currywurst aber auf jeden Fall dieser Gemüse Döner ist mit Hähnchenfleisch das ist auch relativ casual eigentlich aber eigentlich auch typisch in Berlin oder? aber du denkst halt beim Gemüse Döner erstmal dass es nur mit Gemüse ist was ja auch geil sein kann ja also der ist halt da ist ein bisschen mehr Gemüse drin ähm und andere Gemüsesorten als beim normalen Döner was auch ganz cool ist und das auch immer meistens noch mit Käse und sowas also der ist schon ein bisschen äh fetziger ein bisschen Zitronsaft drüber ähm aber es ist halt bei ich würde jetzt bei Gemüse Döner erwarten dass der aus Gemüse ist und nur Gemüse ist und nicht mit Fleisch auch das Brot aus Gemüse ist nicht Brot eigentlich aus Gemüse ist Weizen nicht in Endeffekten Gemüse ist Getreide Gemüse ist Getreide Gemüse ja das ist die Frage naja okay das ist die Frage ähm pflanzenartig oder tatsächlich hatte ich mir das mal durchgelesen ähm Kartoffeln und Reis und sowas wird nicht als Gemüse gewertet sondern als Kartoffeln ist kein Gemüse? naja es ist pflanzlich eine Gemüse aber nahrungsmitteltechnisch gesehen ähm gilt es nicht als Gemüse sondern als weil es ein Kohlstofflieferant ist oder Kohlstoff ja ich weiß nicht genau was es ist aber ähm es ist ja ich meine zwischen Kartoffeln und einer Karotte ist ein riesen Unterschied nährstofftechnisch ähm aber die Art von die Kleingewächse steckst es in die Erde und dann ist ja deswegen es ist halt äh pflanzen also es ist halt keine Ahnung ähm es ist so ein es ist auch für einen Umgang sprachlich weil wenn du sagst Gemüse meinst du nicht Kartoffeln äh die Tomate ist aber ein Obst ein Obst genau genau okay heißt ja auch Fruchtfleisch ach Gott schon ja dann tue es halt in deinen Obstsalat mit Apfel und Birne mach mal oh ja könnte aber funktionieren genau das ist halt auch eben so das Ding ich meine wissenschaftlich gesehen ist es Obst aber umgangssprachlich ist es Gemüse wie sind wir hier hingekommen ah über Gemüse Döner das hat mich gerade gefragt ey das ist dann immer so faszinierend dass die Leute da so so lange anstehen so weil ja es ist einfach unnötig weil du kriegst Döner überall in Berlin so und du kriegst auch mittlerweile überall glaube ich auch Gemüse Döner wahrscheinlich aber auch guten dann ne nicht dass man sagt so boah da muss man jetzt aber ne Stunde anstehen sonst alles andere ist Schmutz ich meine du läufst natürlich Gefahr wenn du jetzt zu irgendeinen Dönerladen gehst dass der eventuell nicht der beste ist aber es gibt auch noch andere gute Dönerläden und Döner ist halt auch nur Döner so ich find Döner schon ziemlich geil macht Döner aber ich warte mal wie lange hab ich jetzt kein Döner gegessen lange über 5 Jahre könnt ihr nicht mal so ein Video machen wo ihr einfach alle Döner testet und dann sagt ihr welche das Ding ist halt Steven müsste den halt testen ich muss jeden Döner essen aber ich muss ihn auch komplett aufessen bist du Vegetarier? also normalerweise also eigentlich bin ich also ich bin das ist so doof weil ich will nicht sagen dass ich Veganer bin ich ernähre mich so pflanzlich wie es geht aber ich hab halt ich hab halt auch so ein paar Ausnahmen so also bei meiner Mama zum Beispiel wenn die kocht ist mir das eigentlich ziemlich egal was sie kocht weil das ist einmal im Monat oder sowas mir ist mir relativ wurscht aber das Video würde ich mir tatsächlich angucken wenn ihr alle Döner essen würdet also da ein Klick auf den Schrank Mokbang Videos oder sowas ja ein Mokbang das können wir machen wir essen einfach ganz viel aber ihr müsst ja nicht viel essen doch wir müssen viel essen darum geht es doch ich dachte ihr probiert einfach möglichst viele verschiedene aber was für eine Verschwendung wäre das wenn du denn wir haben hier so 20 Döner und in jeden Bereich du nur einmal rein kannst du ja immer einen Kinderdöner bestellen den dann teilen das ist ja so merkwürdig weil ich meine kennt ihr diesen einen Typen diesen einen ehemaligen Geigenspieler der sich jetzt langsam Stück für Stück selbst umbringt indem er halt tausende Mokbang Videos macht wo er dann irgendwie 35 McDonalds Sachen isst davon habe ich nix mitbekommen ja Moist Critical hat ein Video über den gemacht und dann hat er da geantwortet das ist total traurig Nico Avocado Nico 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 Kado Avocado der ist der war eigentlich wohl sehr talentierter Geigenspieler und sowas und hat dann irgendwann mit Mokbang Videos angefangen und der ist jetzt oh aber auch geisteskrank erfolgreich 2,2 Millionen ja aber im Endeffekt der bringt sich tatsächlich ähm der bringt sich buchstäblich um also der ist halt wirklich indem er diesen Scheiß der hat innerhalb von zwei Jahren hat er 200 Kilo zugenommen boah ei 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 der 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 ähm der der äh ähm äh der macht halt wirklich Videos wo er halt dann da also ohne Mengen an Essen isst ich guck nebenbei rein es ist auch es ist auch sehr ich guck's ohne Ton aber es sieht sehr verstörend aus ähm und ich frag mich warum gucken sich Leute das an es hat halt Erfolg deswegen macht es halt weiter ähm und aber das ist das keine Ahnung das war ja richtig schwank früher ich meine ich verstehe halt nicht dieses Mokbang ist halt vorhin einfach nur noch so runterschling ich weiß also ich bin jetzt nicht so der der Food echt ich dachte das wäre einfach quasi ne das ist vorhin halt Leute beim Essen zuzusehen genau das ist kein Gourmet Shit das ist jetzt nicht dieses weil ich weiß Anna ähm meine Verlobte das hat vorhin einer orientiert dass ich Freunden gesagt habe ähm herzlichen Glückwunsch guckt halt gerne so eine so eine Food Leute an die dann irgendwie halt zu zu ähm ja den verschiedensten Läden hingehen und die testen das dann und erzählen halt was dazu aber die sind jetzt nicht so wie stopp 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 so sondern halt von wegen testen halt fancy Restaurants aus und freuen sich dann darüber und zeigen halt geiles Essen aber genießen das das ist halt aber Mokbang das ist einfach ähm essen und labern ja genau also das eigentlich gucken sich also das ursprünglich ist ja so dass du das zum Essen auch anmachst dass du quasi jemanden hast der mit dir isst so war das glaube ich ursprünglich mal äh gedacht das ist einfach nur kann auch sein dass ich jetzt ich bin kein Mokbang es gibt auf jeden Fall ähm also ich bin kein Mokbang-Experte äh es gibt auf jeden Fall Kanäle wo halt wirklich Leute sich vollfressen auf eine sehr ja das gibt's auch unschöne Art vor allen Dingen diese auch mit Meeresfrüchten ne wo die dann so so riesen Krebshummer haben und dann so oh Mundlittersoße noch dazu und ich glaube Rob Bubble hat auch dazu mal ein Video gemacht dass es auch diese eine Asiatin gibt die dann so Mokbang mit lebenden Tieren noch macht und so ah mit so einem Oktopus und sowas ne da waren O2 wollte doch dass ich Oktopus esse was warum ja die wollten äh wir hatten für Oktu gedreht und dann waren die irgendwann Mokbang und dann kamen die an mit Oktopus von wegen hier ess das mal und dann war ich so von wegen so nee sorry ihr könnt nicht einfach plötzlich erwarten dass ich irgendwelche Dinge da so äh hab dir mal Oldboy geguckt ja ja natürlich wo er diesen ja erzähl ja also es gibt eine Szene wo der Typ in einer Bar ist und einen lebenden Tintenfisch isst also er nimmt den und beißt da so rein und ich glaube vier Tintenfische mussten dafür sterben und am Ende bei irgendwelchen Preisverleihungen wurde den Schauspielern den Beteiligten und den Tintenfischen gedankt die an diesem Film mitgemacht und dafür ihr Leben gelassen haben also er hat ja wirklich dann auch so gemampft er musste die ja und ist er sogar nicht Veganer das weiß ich nicht jetzt nicht mehr er hat seine Superkräfte verloren oh ja die hat er auf jeden Fall verloren ja nee ähm naja kann ja aber trotzdem noch Veganer sein aber ja das ist ja ähm so ein Ding also dass die ja da tatsächlich lebendig gegessen werden äh musst du das nicht auch mal Klaas machen irgendwie in Duell um die Welt oder so da fragst du mich Dinge die ich nicht gesehen habe aber dieses Duell um die Welt das ist das habe ich auch noch nie verstanden dieses weil Joko und Klaas haben ja also da haben die das und allgemein hatten sie ja oft so dieses Format wo sie sich einfach gegenseitig quälen und ich habe den Leuten so was ganz ehrlich ich habe auch nie ich habe nie wirklich verstanden warum Leute gefallen daran haben dann Leute so zu sehen die sich halt quälen so also auch so eine Dinge wie irgendjemand hat super krasse Höhenangst und wird dann aus dem Flugzeug geworfen blind mit Fallschirm oder irgendwie so das ist so Sachen weil du einfach nur jemand leiden siehst wo ich mir denke so das ist doch nicht schön aber Menschen gucken ja auch gern Jackass also ich glaube ja ich nicht ich habe Jackass auch nie verstanden ich glaube du bist einfach der falsche Art Mensch dafür manche lieben das andere leiden zu sehen hm was ist falsch mit euch Menschen gut was ist falsch mit den Menschen das kann man in viele Richtungen fragen gibt es bestimmt ein kurzgesagt Video zu wo ist mein Kalender eigentlich ja stimmt what's wrong with humanity du musst es noch britischer aussprechen aber es ist ein deutscher Kanal eigentlich oder kurzgesagt ja 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 also es ist ein deutscher es gibt ja auch den deutschen Kanal wir hatten ja eine Zeit lang den auf deutsch so geführt und haben dann nur noch Englisch gemacht weil Englisch halt komplett durch die Decke ging ähm und seit ich weiß nicht wann äh machen sie den deutschen Kanal noch weiter ähm mit Funk bei Funk ja bei Funk den bezahlt ja weshalb dann Funk halt flexen kann sie haben kurz gesagt wo ich mir denke so ihr habt nicht wirklich kurz gesagt ihr gebt denen Geld so aber ist das nicht auch irgendwie traurig dass man sagt so ja dieser interessante Wissenscontent in Amerika funktioniert der Deutsche interessieren sich leider gar die meisten Deutschen schauen den englischen Kanal halt ja ich guck ihn halt auch noch auf Englisch ja also weil die die deutschen Videos kommen ja nur so sporadisch und ja die sind nicht on fleek die sind nicht da immer wo der Zeigefinger ist äh wo die Zeit ist da genau ähm der Zeitfinger den meine ich genau der Zeitfinger du weißt schon aber prinzipiell Deutsche gucken sich auch Wissenskandidaten also ich meine ja nur halt auf Englisch die Guten sind halt alle auf Englisch so ja ich meine es macht ja auch irgendwie Sinn so etwas auf Englisch zu machen weil Wissen ist international ja ja warum machen wir wir müssten eigentlich auch alle äh weil so ne oh lass uns so ne wir machen doch gern so Special Weeks lass uns mal ne Woche auf Englisch nur machen das wäre richtig erfolgreich auf einmal dann wir hatten äh letztens Felix von der Laden bei uns im Podcast zu Gast ah schön und äh da haben wir auch darüber geredet der hat ja mal einen Vlogkanal auf Englisch gehabt ja das fand ich grauenvoll ja und er meinte auch das war ja richtig dämlich weil also YouTube schickt ja nicht einfach Amerikaner zu ihm die sich dann den Content angucken so dass er einfach den gleichen Content zweimal gemacht hat und sich dann die gleichen Fans den Content einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch angeguckt haben ja smart smart aber ähm ich denke ne sollte man das wenn man jetzt komplett umsteigen würde einfach auf Englisch also man könnte jetzt also ich glaube unseren Kanal könnten wir nicht einfach auf Englisch umsteigen ne das geht da nicht wir könnten natürlich es gibt halt Sachen wo man sich so wenn man halt ja komplett neuen Content macht wir machen irgendwie so einen komplett neuen Kanal der irgendwie so ein ganz anderes Schema hat dann könnte man natürlich überlegen je nachdem was es ist ob man es halt nicht auch auf Englisch macht ähm aber ähm wir funktionieren ja aber wir könnten noch mehr Geld machen noch mehr Geld alles auf Englisch Colmira hat das mal erzählt wo sie meinte äh ihr wurde mal gezeigt irgendwie bei YouTube so viel hättest du verdienen können wenn du deinen Content ähm monetarisiert hättest und sie so warte was aber da war es schon zu spät ups aber ja es war ja immer ein Rätsel warum sie es auch nie gemacht hat ja weil es hätte es hätte doch keinen gestört wenn eine Werbung vorgelaufen ja also niemanden gestört vor allem sie hätte ja auch einfach wirklich ein bisschen später anfangen können als alle anderen ne und dann ich meine Harry Potter Sachen zu monetarisieren ist natürlich schwierig ah die Podcasts ja wenn dazwischendurch die Sachen die sie jetzt ja macht ich meine im Endeffekt sie kriegt ja Geld dafür ich weiß nicht wie es bei ihr läuft weil sie ja ähm äh sehr unregelmäßig macht und eigentlich ist es ja so wenn du bei Funk äh bist hast du ja quasi vertragliche Pflichten dass du natürlich wenn du irgendwas passiert die werden dich jetzt nicht köpfen wenn du mal ein Video ausfallen lassen musst weil deine Oma gestorben ist oder sowas aber prinzipiell ist ja schon so einmal die Woche zweimal die Woche oder was auch immer du mit denen ausgehandelt hast und bei ihr ist es ja irgendwie was komplett anderes so aber ja ich verstehe auch nicht warum es nicht jemanden gibt der bei Funk da sitzt und dir richtig viel Geld zugwirft dass sie einfach verpflichtet ist jeden Monat eine Podcast-Folge zu machen weil die kriegen doch ja aber die kriegen doch immer über eine Million Aufrufe und ich meine weiß ich nicht ich kann mir gut vorstellen dass sie auch zu wenig kriegt ja glaube ich auch aber ja ich fand es auch irgendwo hatte ich mal auch gesehen über ein Interview und dann war sie hat sie halt erzählt dass sie halt froh ist dass sie nicht auf YouTube gegangen ist und es so gemacht hat sondern zu Funk bei YouTube ja so unsicher ist und wo ich mir dachte so aber ist es jetzt sicherer darauf zu hoffen dass immer irgendjemand bei Funk sagt ja ich gebe dir Geld dafür dass du einmal im Monat eventuell was machst so ja zumal genau dein Vertrag muss ja dann auch irgendwie jährlich oder alle zwei Jahre verlängert werden dann ja das ist eh das Interessante super viele sind das hatten wir schon ein paar Mal aber dieses von wegen warum geht ihr nicht zu Funk und das so warum sollten wir ich meine sie könnte auch Patreon machen und die würde auch wahrscheinlich die Bestverdienste in Deutschland dann sein aber ja aber ich meine da ist es wieder mit Geschäftsdingern sie ist auf jeden Fall keine Geschäftsfrau sie macht es nicht fürs Geld sie macht weil sie es Bock hat und deswegen ist sie auch so geil und deswegen ist sie so erfolgreich wahrscheinlich auch also ja wahrscheinlich alles richtig gemacht und genauso wie sie es macht aber deshalb sitzen wir alle nicht in der Villa auf Madeira noch nicht aber es kann sich ja jeder jeder YouTuber kann sich dann ja einfach bei Simon da einschnuddeln doch Simon ist ja dann nicht seine Villa die verkauft er ja dann die baut er ja genau aber das ist ja eine Hood denn das ist ja die Villa Hood von YouTuber ich meine hier die Isabeau und so die bauen sich da ja auch gerade eine Villa und sowas da die ja manche machen ein bisschen mehr Scheng nee war mal Scheng ist in Thailand oder sowas der hat ja auch eine Villa gebaut mit seiner Frau und Lombok ne Lombok Lombok ich frage mich halt nur wenn Unge diese Villen also hat er die dann komplett alleine finanziert also hat er einfach so ein paar Millionen rumliegen also er hat die noch mit anderen Leuten gegründet die Firma aber ich glaube trotzdem dass er ein paar Millionen rumliegen hat ja gut war es beigesteuert bestimmt ich glaube er hatte mal gezeigt er hatte mal gezeigt dass er glaube ich eine Million Euro in Bitcoin hat aha und das wird nicht das wird nicht sein sein einziges Bürokonto sein es ist immer so wenn man mal sowas hört dann denkt man immer so fuck so warum machen wir falsch so warum haben wir noch nicht eine Million in Bitcoins so und klar aber ich glaube ich glaube wir sollten so nicht denken das einfach ich habe mich mal richtig geärgert da war ich in der Schule irgendwie und habe das mal gehört zu Bitcoin ja und ich hatte überlegt so einfach mal so paar hundert Euro was ja echt viel Geld war als Schüler so da reinstecken und ich glaube damals war Bitcoin so weiß ich nicht hundert Euro wert oder irgendwie sowas ich weiß es nicht ich glaube ich hätte echt gut Kohle gemacht aber das kann man vorher halt mal nicht wissen ne das stimmt aber ich hatte den richtigen Riecher ja meine jetzt Kryptowährung ist ja jetzt eh so völlig absurd du musst einfach ein eigenes Business starten und dann geht das schon von alleine du musst dein eigenes Schneeballprinzip machen du musst anderen erzählen wie man erfolgreich wird du musst Leute abziehen das ist ganz wichtig damit machst du Geld schön Leute abziehen kauft jetzt meinen Kurs ich hatte mal so ein so ein Screenshot gesehen ich glaube es gibt gibt es nicht irgendwie so ein Twitter-Account der so Influencer-Kram irgendwie teilt der bescheuert ist und da ging es irgendwie darum dass Influencer oder irgendwie ja ja ich weiß wen du meinst ich folge dir auch und da war auch so ein Pärchen glaube ich die haben so Kurse verkauft irgendwie so Achtsamkeit und wie du mehr zu dir selbst findest und dann war so melde dich jetzt an begrenzte Teilnehmerzahl und ich glaube so Teilnehmergebühr 18.000 Euro oder irgendwie sowas also so viel zu viel also viel zu viel zu viel das Beste sind ja immer noch diese Dating-Typen äh äh Devil Method war ja zum Beispiel der hatte Wochenende an 2000 Euro oder sowas hast du denen gegeben ich meine da war immerhin noch drin der hat den Club dann bezahlt und die die Selterflasche die er dir dann ausgibt oder sowas immerhin ähm und ich meine gut dass wenn du jetzt sagen wir mal eine Woche Privatcoaching kriegst jeder hat es kostet natürlich aber es war echt super viel Geld und auch dieser Typ den wir da jetzt äh 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 Don John verführt Don John John Don oh der war so peinlich Alter äh guck ihn dir an falls du falls du wir haben ein Video über den gemacht der ist halt richtig krass auch also der der ist halt richtig ekelhaft der ist eklig richtig krass der ist so ein Typ der halt Frauen auf dem Weg zur U-Bahn halt aufhält sich im Weg stellt ja der einen Tipp den haben wir mit reingebracht war von ihm dass man quasi wenn du halt eine Frau halt ansprichst dann sollst du ihr die Hand geben weil Frauen sind ja gut erzogen und dann schütteln sie halt deine Hand dann kannst du sie festhalten ja dann geht sie nicht kannst du nicht weggehen genau ganz einfach und du das ist so ein Typ quasi den Kontakt den Körperkontakt und so den wünsch ich mal einfach dass irgendein Typ das nebenbei mitkriegt und den einfach direkt eine boxt von wegen du hältst eine Frau fest das ist Belästigung bumm ich meine ich verstehe dass Leute sagen okay man muss flirten auch irgendwie lernen weil man muss das auch ein bisschen können charmant mit anderen Leuten reden aber es gibt halt einen Unterschied ob du Leute eklig belästigst und anpatscht oder ob du versuchst irgendwie nett ins Gespräch zu kommen dass man sich kennenlernen kann ja also ich meine es gibt ja auch Orte wo du Leute einsprechen kannst so also ich meine Loops und etc sind ja auch irgendwie dafür da und es gibt ja mögliche und du kannst ja auch versuchen in anderen Situationen ein bisschen aus dir rauszukommen weil die Leute haben wirklich Probleme aus sich rauszukommen und Fremde anzusprechen aber du kannst ja auch einfach mal keine Ahnung der Kassiererin mehr den schönen Tag wünschen und sie jetzt nicht anflirten sondern einfach mal versuchen oder einen Zwanziger nochmal hinstecken ja nee aber einfach und es gibt super viele Sachen die du beim Flirten üben kannst die völlig in Ordnung sind aber das ist halt dieses von wegen wie kriege ich jemanden in einer halben Stunde rum so und dieses also ich meine es ist ein Typ mit Minderwertigkeitskomplexen der halt jetzt im Internet damit rumflext dass er ganz viele Frauen bumsen kann wo ich mir denke wie peinlich ist das denn ja vor allen Dingen tut er das auch wirklich oder ist es auch mehr Schein als Sein ähm der Typ hat doch durchaus Charisma keine Ahnung aber ähm es wird wahrscheinlich mehr Schein als Sein sein so aber im Endeffekt ist es halt offensichtlich also ich find's peinlich damit also damit anzugeben dass du Frauen flachlegst ist halt so eigentlich Red Flag und zeigt halt ganz klar dass irgendwas mit dir nicht stimmt ja das stimmt auf jeden Fall also ich find's völlig in Ordnung dass man ja irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis hat wenn du was cooles kannst das so zeigen so keine Ahnung du hast ein Kickflip gelernt mit dem Skateboard und dann postest du aufs Instagram weil du halt stolz drauf bist so das ist okay das ist cool wir alle haben so dieses in uns drin das ist halt dieses guck mal Mama was ich kann das ist ja völlig in Ordnung aber ähm Frauen flachlegen mit merkwürdigen Tricks ist ähm Dude so ey ja es ist auch nochmal ein Unterschied ob du Leuten beibringst wie man halt die PQ-Formel anwendet oder ob du Leuten beibringst wie du Bräute flachlegst so ich weiß nicht ob man das machen muss wenn du es zu was bringen willst solltest du das wahrscheinlich tun vielleicht sollte ich mir das buchen direkt dass ich auch mal endlich ein Alpha werde ja aber da ein Video dazu machen so heimlich quasi wie ein Film es gibt auch glaube ich so ein gutes ich glaube war es eine Steuerung F-Doku wo die sich bei diesem Schneeballsystem mal nicht eingekauft haben aber dann auf dieses Event gegangen sind und sowas und die Leute dann danach gefragt haben wie es war und also basically kam ja nur Scheiße bei rum so ja das ist das next big thing und so und ohne irgendwelche Inhalte und dann haben sie die Leute danach draußen auf der Straße interviewt und ja das war so mega geil ja und was machst du jetzt also was war jetzt die genaue Information und keiner konnte eine Antwort darauf geben weil du gar keinen Inhalt hast aber nur dieses Gefühl übermittelt bekommst irgendwas zu erreichen und das war eine sehr gute Doku ja aber wenn du wenn du ein bisschen Motivation dadurch kriegst ist ja vielleicht das Geld wert du gibst dreieinhalb tausend Euro und kriegst ein bisschen Motivation und da musst du natürlich das Folgeseminar buchen oh natürlich ja also das muss man quasi buchen wenn man das erste gebucht hat steht denn da ich glaube du wirst so gebrainwashed in den vier Stunden da dass du das von alleine machst oh Gott ich glaube es gibt halt einfach genug Menschen die halt irgendwie einsam sind und irgendwie nicht glücklich die sich da halt einfach hardcore ausnutzen lassen ja klar wie ist es so als YouTuber alleine bist du einsam kam das jetzt aus dem Chat oder nee es kam jetzt gerade von mir weil wir über Einsamkeit du sitzt ja ganz alleine wir sind hier zu zweit das ist schon das ist schon fies du fühlst dich bestimmt jetzt allein gelassen ich habe auch oft den Gedanken gehabt so war das eigentlich sinnvoll das alleine zu machen ich hatte vorher mal einen anderen YouTube Kanal mit zwei Kollegen in der siebten Klasse oder sowas aber ich glaube es war ganz gut weil ihr seid ja ein Ausnahmekonstrukt wo es halt lange gut funktioniert aber ich glaube ganz viele haben halt das Problem dass irgendwann die Leute in unterschiedliche Richtung gehen wollen oder man sich nicht einig ist oder so und dann solche Duos oder Trios einfach auseinanderbrechen und dann ist auch irgendwie das passiert also der Klassiker ist ja natürlich Geld also ich glaube jetzt bei fast allen ging es ums Geld was ich ja dann mal so witzig finde sie wollen kurzfristig mehr Geld machen und dann machen sie langfristig gar kein Geld mehr richtig weil es sind ja jetzt ein paar auch wirklich weg also ich meine das Einzige die da wirklich vernünftig auseinandergegangen sind sind ja White Titi tatsächlich und auch nicht wegen Geld sondern wegen Ideologie die wollten einfach was anderes machen quasi ja ich weiß nicht genau also das ist ja auch da will man sich ja jetzt auch nicht einmischen das ist ja deren Entscheidung das muss man ja respektieren die hatten quasi keine Lust mehr auf dieses Konzept glaube ich die wollten andere Wege gehen ähm und ähm ich meine Oost hat es auch richtig gebracht mit seiner Entschuldigung er macht Fotos und Management ja tolle Management richtig cool und Phil Laude ist bei Funk was macht Tisi ich glaube der chillt sein Leben keine Ahnung was Tisi macht der ist völlig unter dem Radar aber es ist äh aber es kann ja auch sein vielleicht also manche haben ja auch keinen Bock mehr auf dieses äh Fame so genau ähm einfach normales simple life ganz normal also was normal dieses blöde Wort ne aber so es ist schon quasi es ist schon relativ ungewöhnlich quasi also im net berühmt zu sein oder so ja das ist ja auch so ein Ding bei gewissen Influencern ähm die einem ja wirklich da schon leid tun können weil oft die offensichtlich keine Freunde haben ja das stimmt echt fies so ähm aber es ist ja auch nicht leicht weil du hast also wenn du jetzt so richtig erfolgreich bist ähm also so so richtig scheiße erfolgreich nehmen wir mal jetzt zum Beispiel diese ähm wie heißt diese Fitnessfrau Sophia Thiel Sophia Thiel die hat ja auch totale Probleme gehabt aber da kenne ich mich jetzt nicht aus ähm Pamela Reif die ist fucking erfolgreich die ist eine Goldgrube die wird 10.000 Menschen finden die super fucking nett zu ihr sind und sie halt ausschlachten werden ja du kannst niemand weißt niemanden wer ist wirklich dein Freund so also ja aber äh deshalb hängt man auch glaube ich viel mit den Leuten einfach von früher noch ab also ich zumindest wo ich halt also die Leute kenne ich dann irgendwie seit 15 Jahren so und dann weiß ich okay das sind glaube ich meine Kollegen und deine Basis genau ja ich glaube das ist wichtig also die hände ich im Real Life ja manchmal ist es merkt man richtig krass wie halt YouTuber einfach nicht mehr so ein echtes Leben kennen und völlig die Relation irgendwie so anderen ich glaube auch bei manchen äh täts den auch echt ganz gut wo du merkst so da ist keiner der sagt willst du das wirklich so machen überleg dir das besser nochmal vielleicht ist das eine Schwachsinnsidee gibt es ein paar YouTuber ja 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 ich meine wenn du Geld hast wird es immer irgendjemanden geben der dir sagt so ja 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 mach mal und gib mir was ab oder lass uns da was machen oder etc ist schwierig wenn du da vorher nicht irgendwie jemanden mitnimmst ist ja dann auch blöd wenn du dann irgendwie auf deinem Geldberg sitzt und den aber irgendwie nicht teilen kannst oder so einfach alleine bist ja ja bei dir ist es praktisch du musst dein Geld nicht teilen was du bekommst von YouTube yes yes alles mein Geld das ist richtig cool bei uns ist es dann immer so oh cool wir haben 5 Euro bekommen geteilt durch 2 geteilt nochmal geteilt durch 2 Steuern wir sind so arm wir sind so arm oh so du hast diesen 5er zerreichst ihn so in der Mitte guckst du auf diesen halben Schein nur noch traurig ja das ist ein schwere Schicksal hm ja ich glaube nichts lieben die Leute mehr als YouTuber die über Geld heulen das ist das allerschlimmste fand ich irgendwie äh Montana Black hat mal dann irgendwie gepostet Steuernachzahlung 200.000 Euro so hat sich darüber beschwert der beschwert sich allgemein darüber über seine hohen Steuern so armer Boy maximaler Steuer das ist schon schlimm sad life ja vor allem du musst das Geld ja verdient haben irgendwann ja eben die kommen ja nicht einfach so und sagen gib uns mehr als du jemals bekommen hast also wenn du halt äh äh was 45 46% abgibst dann hast du halt deine 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 250k Einkommenssteuer also Einkommen das ist ja dann nicht immer der Umsatz so wobei ich glaube es tut trotzdem weh wenn du die Hälfte abgeben musst also ja aber trotzdem ist halt so ich weiß nicht ich find's halt komisch so zu posten und ich weiß auch noch irgendwie Ducky B hat dann auch irgendwas dazu kommentiert von wegen I know that feeling und dann waren alle so ein bisschen salty zu mir und das war halt so ja es ist halt merkwürdig so zu posten so irgendwie ich find das aber ich find ganz schön äh Monta hat ja auch echt viel Geld in sein Haus da irgendwie gesteckt also irgendwie über eine Million oder so und dann hat er sich mal im Stream so Häuser angeguckt auf keine Ahnung irgendwelche Karibikhäuser und dann stand auch wie teuer die sind und die waren halt in der gleichen Preisklasse wie sein Haus und sahen aber viel geiler aus und er so warte ich kann auch das haben dafür fuck das war so ne mit Dusche wie im Regenwald und so umherum Steine und Pflanzen und dann mit Strandzugang direkt und alles offen und hell und er sitzt da so in seinem dunklen Keller und denkt sich so ey man hätte sich ja nur informieren müssen vorher wahrscheinlich der hat sich glaube ich keine Gedanken gemacht irgendwie so richtig ich glaub der will halt auch einfach in Deutschland bleiben weil er halt tatsächlich noch Familie hat hier und sowas aber die steuern Ricardo er geht doch auch nach Madeira bestimmen ich find das tatsächlich merkwürdig so also ich würde also für Steuern ins Ausland zu gehen ja also ich verstehe diesen Konzept dieses Prinzip wenn du sagst dich hält nichts in Deutschland und dann gehst du woanders hin so ist es ja in Ordnung ähm aber nur für Steuern und dann halt Familie zurücklassen und sowas ist doch vorhin man kann also wobei mit dem gesparten Geld kannst du dann immer wieder hier hinreisen ist voranstrengend also CO2 Ausstoß hallo geht nicht ja das ist den Leuten aber also wenn du wenn du Steuerflüchtling bist dann ist der CO2 Ausstoß auch egal das stimmt also ich weiß ich kann mir das immer nicht vorstellen dass halt Leute wirklich sagen ah ich bin nach Madeira nicht wegen den Steuern sondern weil das da so schön ist ich mein es ist ja auch schön da ja aber woanders ist es halt auch schön weißt du da ist ja nicht ohne Grund wahrscheinlich dann doch Madeira geworden oder so ja vor allem finde ich Deutschland an sich also ich finde Deutschland halt gut als Land also du hast so richtig alles was du brauchst wir haben zwar unsere Problemchen und so ne aber die hast du ja überall genau irgendwo hast du irgendeinen Scheiß das Schlimmste glaube ich dafür kannst du hier rumlaufen auf den Straßen Stars die dann nach Los Angeles ziehen Los Angeles ist so eine widerliche Stadt aber da sind ja die reichen und schön und deswegen muss ich da hin ist so warst du mal da noch nie tatsächlich noch nie in Amerika ich bin ein bisschen traurig wir sind sehr viele cracksüchtige Obdachlose ja dann sollte ich da erst recht hin ja das ist was für dich ja genau ne es ist es ist gar nicht so so schön wie die immer tun vor allem ist es so ich würde aber schon gerne mal irgendwie nach New York New York ist aber auch die europäischste Stadt da drüben also das ist fühlt sich nicht wie Amerika an also wenn du wirklich Amerika haben willst dann musst du schon eher so in Richtung Los Angeles oder halt am besten noch ein bisschen ländlicher oder so ich glaube ja ich würde mal gerne in so ein ländliches Gebiet irgendwo im Süden irgendwo in Texas in irgend so ein Dorf wo alle den Revolver tragen da würde ich einfach so richtig die volle Kanne Amerika haben ey wir haben darüber mal im Brain Pain Podcast geredet also Flo hat ja Verwandte in Texas und fährt da meistens so einmal im Jahr hin und er meinte halt auch so okay da ist halt ein Haus und das nächste Haus ist so vier Kilometer weiter und wenn da irgendwas ist kommt halt keiner die nächsten Wochen und deshalb hat da auch jeder irgendwie eine Pumpgang falls doch irgendwie mal das stimmt tatsächlich das habe ich auch als Argument gehört dass halt wirklich die Polizei und sowas halt sehr lange braucht weil es halt wesentlich weitläufiger ist ja und wenn du da halt tot liegst dann findet dich auch keiner weil selbst wenn du stinkst merkt das keiner man muss sagen die Kriminalitätsrate ist da ja auch wesentlich aber gut USA hat hat interessante Probleme aber was halt das kann man mit mehr Gefängnissen lösen gut was natürlich in den USA tatsächlich noch wirklich interessant ist ist halt natürlich Natur weil du hast da ja riesengut ich meine die meisten sind ja an den Küsten da und gerade so so in Mitte Mitte Westen so ist ja sehr frei noch sehr 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 viel leer da ist ja riesengroße Flächen vielleicht triffst du auf irgendwelche Monster ja Skinwalker oder Mandikos denkst du das hat alle bisher davon abgehalten da was zu bauen die so Moment was ist wenn da Monster sind und die anderen am Tisch so ja stimmt ja stimmt ich glaube tatsächlich es hat eher so mit Wüsten und Gebirgen zu tun dass es da einfach scheiße ist zu bauen und sich da keine Wirtschaft niederlassen konnte so aber was weiß ich schon genau du bist kein Amerika-Experte also halt die Fresse aber ich war mal in Tokio eine Woche das war sehr geil oh geil war noch nie in Asien also ganz also warte mal doch ich war Singapur quasi zum durchdingseln aber noch nie so haben wir gesehen dass Tokio ist ja gerade das größte Urban-Gebiet der Welt glaube ich ja irgendwie 36 Millionen Menschen wohnen da in dem Gebiet was ja mit der Geografie von Tokio zu tun hat weil das meiste Gebiete in Tokio also in Japan kannst du ja nicht bauen weil halt Gebirge und warst du so busy wie man es sich immer vorstellt ja also ich habe auch gar nicht alles gesehen das geht gar nicht du kannst also du kannst einen Monat da bleiben und hast nicht alles gesehen aber wir haben halt so geilen Japan-Shit gemacht wie zum Sumo-Ringen gehen also wir sind angekommen und haben Fernseher angemacht und dann lief da Sumo und dann haben wir erfahren das ist irgendwie so 20 Minuten mit der Bahn weg und dann sind wir da einfach hingegangen und haben uns angeguckt wie sich dicke Menschen aus dem Kreis schubsen das war schon ziemlich geil was konnte man noch schönes machen ich will alles ich will alles gib mir die Details Koberind kann man da gut essen dafür lohnt es sich auch einmal nicht Veganer zu sein im Disneyland weil also ich muss sagen das ist glaube ich mit der glücklichste Ort der Welt weil es ist Disneyland aber in Japan und alle Japaner sind halt nett immer die sind immer nett und jeder Mensch ist glücklich an diesem Ort okay aber sind die nur ich weiß nicht ob Japaner glücklich sind immer die sind immer nett aber nach außen hin so wenn sie zu Hause sind ist vielleicht was anderes dann weinen sie wahrscheinlich ja die Arbeitskultur in Japan ist ja sehr krass sehr sehr ungesund ja aber sonst Akiabara ist ja geil dieses Nerdviertel wo so Arcadehallen sind und Läden mit so Retro-Videospiel-Kram und alles blinkt und leuchtet schon sehr cool hab ich Fernweh ja eigentlich wollte ich ja nach Japan aber dann kam Corona und die ganze Welt änderte sich ja ich also ich glaube Japan hätte ich allerdings Probleme weil ich weiß nicht wie es da war mit Sprache weil ich habe gehört dass jetzt ja null null also gar nicht also es wurde dann auch gesagt geh nicht in Restaurants wo dieses Plastikessen in den Schaufenstern liegt weil das sind halt so Touri-Läden was dazu geführt hat dass wir da hingegangen sind und einfach auf irgendwelche Gerichte gezeigt haben auf der Karte damit wir die bekommen und du dich nur am Preis orientiert hast um zu gucken okay werde ich davon satt ist das eine Hauptspeise oder nicht und meistens ging es tatsächlich weil ähm die sind nicht so glutenfrei soweit ich weiß und wenn ich dann da überhaupt nicht kommunizieren kann aber die können kein Englisch auch die können kein Englisch also sehr wenige also da hätte ich glaube ich riesen Probleme weil da ist wieder Amerika und ähm England sehr sehr gut die können Englisch ja die können nicht nur Englisch naja äh die sind alle glutenintolerant also ja ja ist wirklich so äh die haben die höchste Rate an glutenintoleranten ähm dass die da überall glutenfree Shit haben und ich weiß noch Anna London ähm vor Ewigkeiten gehen wir äh in den den rein und ich bin so ey okay wenn ich da ich kann halt wahrscheinlich keine Pizza holen keine Spaghetti aber die haben weil was immer relativ sicher ist ist halt Steak mit Kartoffeln Gemüse meistens so da musst du mal wieder Steak essen so ein Mist dachte ich mir Urlaub gönne ich mir mal was war erster Laden random rein hat eine glutenfreie Pizza was in Berlin übertrieben selten ist so also London hat ja super viel und ja London ist ja sowieso sehr geil also finde ich auch schöner als Paris in Paris war ich noch nicht da weiß ich gar nicht muss man auch nicht ist da schmutzig ah ok ja aber London ist schön das war ganz schön das war lustigerweise nicht Turi Zeit aber einfach alles leer einfach alles leer und zu wir sind einfach durch Straßen gelaufen wo halt normalerweise wo du weißt so hier normalerweise Turi Zeit alles voll überall Geschäfte aber einfach zu ich kenne jemanden der war an Ramadan in Dubai und da war halt auch gar nichts wow aber hat er also vorher nicht gecheckt oder gewusst oder auf dem Schirm das war halt das war so Zwischenstopp und dann warst du halt da so auf der Reise und dann warst du halt so zwei drei Tage aber Dubai würde mich auch überhaupt nicht interessieren nee das ist halt auch null verstanden dieses ganzen Dubai Influencer also natürlich ist ja eh so ein Ding warum sollte ich in der Land ziehen was mir fortschreibt wie ich meine meinen Content machen darf so da sind wir ja eher ein bisschen kritischer aber Dubai ist so was ist unsere Kultur ah wir haben Geld aus Öl Kultur ja vor allen Dingen dieses Land ist ja absolut menschenfeindlich du stirbst ja wenn du rausgehst deshalb ist ja alles klimatisiert ja aber es ist auch auf andere Seite weise menschenfeindlich ja fand ich ja so krass dass dann so viele halt Influencerinnen da halt hingegangen sind obwohl das Land ja ganz klar es nicht so mit Frauenrechten hat wie wir hier gewohnt sind aber ich kann mir vorstellen dass bei Touris die nochmal so ein bisschen ja die drücken die Augen zu ja genau aber ich weiß nicht ich weiß nicht wie du gesehen hattest von Paola Maria wo die dann noch wieder ausgezogen sind nach einem Jahr weil die dann gemerkt haben ist doch scheiße und es sah auch ultra kacke aus also es war ein großes Haus aber es war auch einfach leer und du kennst da ja keinen und alles alles ist Wüste und dein Haus ist einfach nur groß und leer und unpersönlich und warum soll man da leben Steuern sparen was nicht auch sowas ich meine wenn man jetzt Steuern sparen will dann kann ich schon verstehen dass man auch eher nach Medera geht weil Medera wird halt wenigstens Kultur haben und so und da ich glaube nicht dass die Menschen auf Medera Frauen hassen oder sowas also ich glaube die sind da recht europäisch ich weiß das ist ja Portugal ich weiß jetzt nicht ich weiß nicht ob Medera recht eigenes Völkchen ist oder ob da allgemein portugiesische Kultur ist aber die ist ja dann ja prinzipierter keine Ahnung ja denke ich schon würde ich mal sagen gehört ja eh alles bald um von daher die ganze Insel ob die dann YouTuber hassen irgendwann weil ja so viele sind das ist ja so wie Mallorca halt alle die Deutschlander hassen halt Deutschländer hast du ja gerade Deutschländer gesagt diese Würste die Würste schon wieder aber ja die spanische Regierung macht ja richtig viel um quasi den also den Tourismus Ding da halt einen Riegel vorzuschieben dass du halt Mallorca sich ein bisschen wieder erholen kann von den Deutschen äh Deutschländern Entschuldigung es ist ja auch eigentlich eine schöne Insel also wenn du halt nicht diese Sauftouristen hast kannst du ja richtig Premium Urlaub da anbieten weil ich war vor Ewigkeiten mit meiner Mom da und meinem Bruder und ich war glaube ich elf oder sowas mit meinem Bruder 13 und wir so hocken da am Strand so meine Mom pennt und dann kommt irgend so ein Typ zu uns an und ist so von wegen na wollt ihr nachher saufen gehen wir haben volle hotte Mädels so und klar hier flat und meine Mom wacht so lange auch so von wegen was zum Fick was bietest du da grad meinen Kindern an und du so oh ja 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 Gutscheine aber ja war mal auf der Uberbahn unterwegs mit einem Kollegen und äh er hatte auch eine Brille und dann wurden wir gelockt mit dem Ruf Brillenträger halber Preis und es war auch eine gute Verkaufsmasche aber wir sind da mal nicht drauf eingegangen großer Fehler wahrscheinlich großer Fehler ich kenne die Geschichte von zwei Kumpels die dann irgendwie in so einen Stripclub oder irgendwie sowas rein sind die Geschichte hat jeder übrigens ja aber zähl weiter naja auf jeden Fall von wegen kam so der der Bodyguard Typ was auch immer wie nennt man das nochmal die da Türsteher genau Bodyguard Typ der an der Tür steht der Türsteher war so von wegen hier gratis Getränk so und dann sind die da rein und da war überhaupt nichts los und dann kamen halt so zwei Mädels zu denen und haben halt so gesagt von wegen ey magst du mir einen ausgeben und die waren halt so okay okay waren doch sehr jung ähm und haben denen dann halt quasi jeweils irgendwie ein Getränk ausgegeben und dann kam halt so ein ja so ein Schrank an meint so ja von wegen ich muss mal kurz die Zwischenrechnung machen ähm das Wasser was sie bestellt haben kostet 200 Euro und ähm die beiden waren Nerds so also da haben sie wahrscheinlich halt gedacht so die können sie halt einfach unter Druck setzen und die haben dann einfach halt sich geweigert ähm weil das ist du musst nichts bezahlen also das ist auch ganz ganz wichtig zu wissen wenn du jemandem sagst du gibst dir jemandem Drink aus musst du den dann nicht bezahlen kannst du auch sagen so von wegen fick dich wenn du also ich ne du bist ja nicht dazu verpflichtet ähm okay und irgendwie haben die dann im Endeffekt irgendwie nur dann 30 Euro oder sowas hingelättert weil dann ich dachte man wird verprügelt dann einfach ne die haben gepokert mit von wegen Polizei und sowas und dann meint sie ja mach doch äh und dann war dann so ja okay wenn sie jetzt die Polizei rufen dann ähm sagt die Polizei naja die müssen hier nichts bezahlen so ähm das ist sehr offensichtlich was hier gerade passiert äh aber ja also Reeperbahn fand ich komisch aber ich bin jetzt auch nicht so ein Clubgänger Partytyp so ja also in den Nebenstraßen kann man bestimmt ganz gut weggehen also ich geh auch nicht gerne im Puff von daher glaube ich ist Reeperbahn okay Reeperbahn ich bin nicht die Zielgruppe ich bin nicht die Zielgruppe der Reeperbahn ich dachte ich ich hab dich ganz anders eingeschätzt ich dachte du wärst ein anderer Mensch sorry jetzt kann ich keine Videos mehr mit dir machen obwohl doch wir müssen gleich noch keine gemeinsame Pufftour das fand ich auch das Interessante alle Leute von denen ich gehört habe dass sie mal im Puff waren haben immer gesagt dass sie von einem Kumpel eingeladen werden wurden und das frage ich mich immer noch wer lädt seinen Kumpel in den Puff ein wer ist dieser Kumpel hey Buddy lass mal zusammen den Puff gehen äh da gibt's unten einer der so so Alibi mäßig sagt so ja ja komm ich sag das dann und dann passt halt schon das Seine ne jedem das Seine oh da haben wir mal äh sehr harsche Kritik bekommen im Podcast als wir das gesagt haben weil ähm ach weil das bestimmt von ja erzähl ich weiß wo es hingeht glaube ich jedem das Seine ist äh stand über irgendeinem KZ als äh Spruch ähm überm Eingangstor und da wurde gesagt vielleicht solltet ihr das nicht sagen aber ist es nicht dann besser dass wir einfach das nicht weiter erzählen und damit die Bedeutung neu ja vor allen Dingen es gab auch irgendwie in der Antike gab's diesen Satz auch schon ich weiß nicht ob Aristoteles oder so aber äh dieser Satz ist auf jeden Fall schon deutlich älter ähm aber wurde halt unter anderem auch da leider benutzt ein schöner Spruch der dadurch kaputt gemacht wurde und ähm ich bin ja auch immer noch der Meinung wenn irgendjemand noch eine Diktatur gründen sollte dann irgendwie richtig normale Sachen zu machen die dann auch böse werden so wie Brot essen oder sich ein High Five geben oder so dass man es einfach nicht mehr machen kann alles muss irgendwie wir müssen uns bei allen irgendwie immer bewusst sein und äh das ja deutsche Sprache ist übrigens auch böse weil die wurde von bösen Menschen benutzt genau dürfen wir nicht mehr sagen Autobahn dürfen wir nicht sagen Autobahn ist ein ganz schlimmes Wort aber guck mal wir wissen sofort was du meinst ja ja genau also Urlaub ist böse mhm okay aber eine Sache die ich tatsächlich sehr faszinierend finde ist das das olympische Feuer wurde ja von den Nazis erfunden und das olympische Feuer ist eigentlich so eine total beknackte Sache nein ist ja auch schon mehrmals ausgegangen nein das ist nicht von den Nazis erfunden worden doch du googelst währenddessen oder ich google jetzt das ist doch oh olympisches Feuer Zeitschrift nein also entweder das ist doch außer Antike mit Sicherheit nein olympischer Fackelauf so ursprünglich in der griechischen Antike aha während der olympischen Spiele der Antike wurde keine Fackeläufe durchgefüllt warum steht das dann und so ähm ein Ölzweig gekrönter Läufer wurde nur losgeschickt okay es gab kein Feuer also es wurde ein brennender Typ vor nein erster olympischer Fackelauf im Nationalsozialismus ach das gibt's doch nicht ach was ein Scheiß vor allen Dingen dieses 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 Prinzip halt finde ich halt eh merkwürdig so dass die dann also da hatte doch Internet Historian glaube ich ein gutes Video dazu gemacht dass die dann ähm äh die rennen ja dann immer durch die ganzen Gebiete und sowas und dann ist halt Olympia irgendwie in Brasilien und alle Menschen sind halt sauer dass halt für die Stadien super viel Geld ausgegeben wird während halt alle irgendwie arm und und arm sind ähm und dann gibt's halt Proteste und die Leute werden beschmissen und sowas und es ist ähm ja merkwürdiges Ding ist tausendmal schon ausgegangen ähm und Tauben wurden gegrillt und sowas mh Tauben ja es gab irgendwie so ein Ding da haben sie ganz viele Tauben freigelassen und die haben sich dann in diese Fackel da reingesetzt und dann haben sie das Feuer angezündet und dann wurden einfach irgendwie 85 Tauben abgefackelt ja das ist auch das ist auch dämlich von den Tauben dann einfach die müssen das ja wissen ja genau hier steht aber Fackellauf war früher ein eine alte ähm Laufdisziplin im antiken Athen wo man ganz schnell mit einer Fackel laufen musste ohne dass die Fackel ausgeht ja das klingt tatsächlich auch jetzt interessant also ist schon schwierig aber ja dieses olympische Feuer ist halt eine Erfindung haben sie dann irgendwie weiter übernommen schon das ist schon irgendwie komisch so aber ja totally ich meine man muss ja sagen Großsportveranstaltungen sind ja eh so ein Ding heutzutage sind ja irgendwie auch nicht mehr das was sie mal waren Fußball aber Olympia ja Olympia ist jetzt nicht so schlimm wie halt natürlich FIFA durch Corona habe ich mich auch wieder ein bisschen mit der Formel 1 beschäftigt und es ist schon erstaunlich wenn man sieht welche Länder alle so Austragungsorte von so Rennen sind Dubai Türkei Aserbaidschan Russland und noch ein paar andere fragwürdige Länder wie du findest die fragwürdig hier keine Wertung in diesem Podcast gibt es keine Wertungen okay hier ist also ich fände ja Katar super ja Katar ist doch ganz toll Katar ja unterstützt durch Katar fliegen sie jetzt oder hatte ich mal so eine Werbung letztens gesehen im Fernsehen da hatte ich irgendwie mal Fernsehen an und dann war so ja ja du guckst doch jeden Tag Fernsehen gibst du immer ja ja genau jetzt ist es raus Werbung für so ein Reisebüro und dann sichere dir jetzt 10% Rabatt mit dem Gutschein so und so für dein nächstes Reiseziel Abu Dhabi Katar oder der Oman und es waren wirklich so die drei Länder die da ausgewählt wurden wo ich mir dachte so Leute jo machen wir gar kein Problem aber die müssen halt auch Werbung machen weil ich glaube andere Länder haben da nicht so das Problem so Italien ja ja ich meine wir hatten ja Mallorca die wollen ja weniger Touristen sogar haben so kommen sie mit mich nach Mallorca wir haben euch nicht nötig aber deshalb fahren auch viele jetzt nach Bulgarien und Kroatien und so weil das halt günstiger und da kann man halt saufen geil darum geht es doch oder wir müssen auch saufen ihr müsst jetzt saufen das ist ein guter das ist ein guter ein guter Übergang eigentlich weil es wird es wird nämlich langsam Zeit dass wir Steven will früh ins Bett ich merke ich will nicht früh ins Bett es ist nur so dass ich halt nachdem wir saufen ich ja noch nach Hause fahre und dann koche und esse meiner Freundin ich hab auch noch einen ja was nehmt ihr die Videos manchmal tagsüber auf weil ich hab mich gefragt wenn ihr jetzt besoffen seid dann seid ihr ja den ganzen Tag besoffen oder das ist das Ding ist wir packen es immer in den hinteren Tages ich will halt nicht um drei Uhr saufen weil ich dann ja halt das kommt mir gar nicht mehr drauf klar aber er ist immer so ja ich muss ja noch hier und bla so das ist doch völlig normal dass ich noch was was kochen und essen möchte ja ich esse jetzt was davor das ist doch völlig normal dass du davor was isst vor dem Saufen ja aber ich möchte halt zusammen mit meiner Freundin was essen kann sie nicht kochen was doch aber dann ich möchte jetzt mit ihr zusammen essen weißt du ich hab denn nicht den Vorteil dass meine Freundin hier auch im Büro ist und ist sie jeden Tag ich koch jetzt mit ihr ja ich weiß aber du siehst sie halt ich fühle mich grad wie bei so einem Kind trotzdem sehen ähm wir hatten das schon dass Steven Barth von wegen Zeitdruck hatte und dann ich so ein bisschen Bauch und bei Shorts hintereinander weg und wir müssen schneller ich verstehe das Problem nicht ich hab einfach geballert weißt du ballern ballern ich meine jetzt geht's jetzt haben wir keine hochprozentigen Shit ähm aber ich kann jetzt nicht billig rum hintereinander wegballern und macht mir den Tornado einfach wie macht man den Tornado so dass du das das Getränk so drehst und dann dieses Ron Bilecki Ding ja können wir mal ausprobieren können wir mal ausprobieren so ja nee aber ich muss jetzt auch erstmal was essen bevor ich was saufe und das heißt oder Plan ich hab auch Hunger ja na das ist doch praktisch äh Timon ja war wirklich wundervoll dass du für uns Zeit gefunden hast dass du hier äh bei uns im Podcast warst ähm nochmal bevor alle Leute wegspringen man kann man kann sich den Klängern angucken der hat einen eigenen YouTube Kanal den haben wir verlinkt in der Videobeschreibung oder ihr gebt einfach Klängern ein äh dann findet ihr den wahrscheinlich äh ja natürlich auch zusammen mit dem Haider hast du den äh Brain Pain Podcast der könnt ihr auch gerne reinhören und wenn die Sterne günstig stehen werden wir dort auch eines Tages äh einmal auftauchen wir hatten ja quasi eigentlich schon mal den Termin der leider aus gesundheitlichen Gründen abgesagt war wurde und wir kriegen das aber auf jeden Fall noch hin also seid gespannt irgendwann genau und wir haben Bock genau dann sitzen wir zu viert auch mal neben äh vor der Kamera neben der Kamera ja danke schon dass ich hier sein durfte danke dass ihr mich eingeladen habt ja ich wollte gerade noch sehr gerne ich wollte gerade noch sagen wir können einen Größenvergleich machen stimmt ja dann ziehe ich auch meine Schuhe mit dicker Sohle an an dem Tag ich ziehe zwei Birkenstocks übereinander nein nein der Trick ich entstauche ich nehme diese Dosenstelzen alles klar ich klicke jetzt auf Stream beenden ok tschüss Stream Stream